Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Mr. Tweedy, was hat dieses Huhn auf der anderen Seite der Obseudock zu suchen? Und damit ein herzliches Bekommen und Kakaak zum Tele-Stammtisch! Ich bin Lasse, euer Moderator und bei mir, der mir Gesellschaft leistet, bei diesem Special ist der Dom! Cheerio, ja, Heurika, was auch immer. Yes, ich freue mich tierisch, dass wir hier zusammengefunden haben und das war tatsächlich ursprünglich deine Idee. Denn, vielleicht geneigte Hörende mögen wissen, dass wir auf meinem eigenen Podcast Fans About Films vor einiger Zeit ein Artman-Special gemacht haben. Das weiß keiner mehr in grauer Vorzeit. Wo wir über alle bisher erschienenen Artman-Filme gesprochen haben, sind sehr lange Special geworden, aber auch sehr ergiebig. Was ich jetzt aber auch nicht mehr gehört habe, einfach nur, also es könnte sein, dass wir hier einiges wiederholen. Aber der erste Chicken Run war da jetzt auch nicht so direkt das Thema, aber ja, damit kommen wir direkt zum Thema, denn dieses Special ist zu den Filmen Chicken Run und Chicken Run Dawn of the Nugget, welcher jetzt am 15. Dezember auf Netflix kommt. Und ein Sequel, das, ja, 23 Jahre nach dem Original kommt. Ja, ordentlich. Was ziemlich crazy ist, aber ja, und deshalb möchten wir gerne zuerst den ersten Film besprechen, so einen kleinen Recap machen einfach und dann gehen wir über zum zweiten Teil. Also ist jetzt nicht ganz klar, wann ihr das da draußen hört, aber den zweiten konnten wir tatsächlich schon vorab sehen. Yes. Und, ja, gut, also, ja, großartig spoilern kann man da jetzt nicht. Ja, genau, also wir werden definitiv gewisse Sachen natürlich auslassen. Da müsst ihr keine große Angst haben, aber, naja, wir werden hier sehen. Wir wollten so oder so den zweiten Teil schon besprechen, das war schon eigentlich gesetzt. Ja. Und da wir auch den ersten in dem anderen Podcast, wo man sehr gerne reinhören kann, nicht so wirklich behandelt haben, weil ich den wirklich vor Urzeiten gesehen hatte. Äh, und danach auch nie wieder, warum auch immer. Aber der ist ja jetzt auf Netflix und deswegen bietet sich das wirklich an, sich den einfach nochmal anzusehen. Zumal der wirklich, ich glaub, mit Abspann geht der 80 Minuten oder so? Ja, er ist sehr, sehr kurz vergleichsweise. Ja. Ja, gut, abseits der Kurzfilme dürfte das mit der kürzeste Artman-Film sein. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum Thema. Wann wir den denn das erste Mal eigentlich gesehen haben? Chicken Run von 2000 mittlerweile. Wie sieht's da bei dir aus? Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war und wie alt ich war. Es war auf definitiv, es war definitiv irgendwann als Kind. Und da wohnten wir in Dresden und da hatten uns unsere Eltern eine Hauptkopie oder sowas von dem Ding gegeben. Also das war doch so eine DVD-ROM oder sowas, ich weiß nicht genau, die auch ein bisschen fehlerhaft war. Aber wir hatten die geschaut und mir sind sehr schnell Designs aufgefallen, weil ich kannte die von dem Gästezimmer von meinem nun verstorbenen Opa. Weil der hatte da aus irgendeinem Gold-Aufkleber hängen, aus dem Film wahrscheinlich von dem Magazin ausgeschnitten. Und ich fand irgendwie die Designs ein bisschen unheimlich. Ja. Und deshalb dachte ich, oh, das ist der Film. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich gar keine Angst mehr. Und der Film hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Tatsächlich ist dieser Film schuld daran, dass ich ein Soundtrack-Fan bin. Okay. Weil das ist einer von den Filmen, wo mir dann aufgefallen ist beim Gucken, oh, die Musik ist toll. Und ich wusste noch nicht, wer die Komponisten waren. Aber das ist etwas, was lange bei mir geblieben ist. Und dann mit Sinbad, wo dann ja Harry Gregson Williams alleine beteiligt war, das hat dann wirklich gefestigt, wo ich dachte, ja, ich mag Filmmusik. Genau. Und das waren dann so meine ersten Berührungen. Und wir fanden den Film als Kind, wir fanden den toll. Wir haben den oft geschaut. Und der hat nie dann so mein Bewusstsein verlassen. Kannst du dich noch erinnern? Äh, ja, tatsächlich. Und zwar, ich habe den damals erstmals auf Videokassette auf einer Klassenfahrt gesehen. Oh. Das war so in der sechsten, siebten Klasse oder so. Und dann hatten wir irgendwie abends halt Videoabend, wie man das kennt. Und da hatten wir dann, glaube ich, eine Auswahl. Ich weiß nicht mehr, was da war. Aber dann auf jeden Fall Chicken Run. Ich, äh, fand es bemerkenswert. Also, wirklich, seriously, ich habe den jetzt die Tage zum zweiten Mal wirklich dann erst gesehen. Nach bestimmt, boah, über 20 Jahren. Also, muss ja. Und, äh, oder fast 20 Jahren, was weiß ich. Und, ja, ich weiß, dass ich den damals, ehrlich gesagt, nicht mochte. Also, mit den unheimlichen Designs, ähm, äh, kann ich jetzt, also, da, da, da kann ich mich anschließen. Und, ja, irgendwie diese, diese Art der Animation, die wirkte auf mich damals total fremd. Ich weiß, dass ich damals auch nicht der größte Freund von Toy Story war. Den hatte ich, glaube ich, einmal auch auf Videokassette gesehen. Hatte mir damals meine Tante geschenkt. Und irgendwie mochte ich das nicht. Ähm, aber dann ist irgendwann, sowohl bei Pixar als auch bei Atmen, ist dann irgendwas, das total umgeschlagen, wirklich fast in bedingungslose Liebe. Also, ich liebe, äh, Claymation-Animationen, also eben mit, äh, äh, Plastilin. Es hat sich dann damit gedreht, dass ich dann den ersten Wallace & Gromit-Kinofilm, äh, äh, tatsächlich auf der Leinwand gesehen habe. Damit hat sich das total gedreht. Dann hatte ich mir da auch noch mal die ganzen anderen Kurzfilme angesehen, äh, die ja hier vorkamen. Aber das hier, also Chicken Run, für die, die es nicht wissen, ist tatsächlich, glaube ich, der erste abendfüllende Claymation, äh, Animationsfilm gewesen damals. Ja, ja, das stimmt. Es ist sehr interessant, dass als den ersten Spielfilm von Artman, dass sie dann nicht gesagt haben, ja, wir machen einen langen Film von Wallace & Gromit. Ich finde, das ist ziemlich beeindruckend, dass sie gesagt haben, wir machen was ganz anderes, was halt den, den Vibe hat, ähm, aber, ähm, aber dann doch eben, äh, was anderes. Genauso, ich meine, Pixar, die hätten ja auch garantiert irgendwie irgendwas da auf ihren Kurzfilmen basierend irgendwie machen können. Und dann war es auch etwas, was mit Spielzeug zu tun hatte. Aber, naja, es war trotzdem dann was anderes. Und, äh, das, 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 das finde ich dann, das finde ich dann umso schöner. Es ist, das ist sehr, sehr, ähm, beeindruckend. Und ich würde auch sagen, deren Stimme ist da größtenteils dann ungefiltert vorhanden. Was mir auffällt, heutzutage, gerade im Vergleich zu all dem, was danach kam, der Film ist weniger offensiv lustig als der Rest. Weil es gibt Gags. Es, und, und, die, die Prämisse allein ist halt, ähm, auf, auf ihre Art dann auch irgendwie absurd. Aber, es ist ein sehr viel ernsterer Film als, als eigentlich alles, was so danach kam. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, das ist auch das tatsächlich, was ich jetzt bei der Zweitsichtung absolut bemerkenswert fand. Also, ähm, ich weiß ja noch, wir hatten ja mal, äh, eben in diesem Podcast von dir damals, Gott, das ist vier Jahre her. Ähm, äh, prä-Corona tatsächlich. Mhm. Ähm, da hatten wir ja eigentlich nur, also, da konnte ich halt nicht viel sagen zu dem Film. Ich hatte den auch nicht mehr geschafft. Und warum auch immer hab ich den nie wieder geguckt. Und wo ich ihn jetzt noch mal gesehen hab, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum ich den wirklich, äh, mehr als ein Jahrzehnt total verschmäht habe. Ja. Ähm, weil du hattest, du hattest mich ja in dem Podcast damals schon drauf hingewiesen, dass der, äh, also vor allem auch, was die Musik angeht, dass der unübersehbar gesprengte Ketten mit Steve McQueen referiert. Und nicht nur in der Musik, sondern insgesamt auch wirklich, äh, äh, alle möglichen Knastfilme. Aber es geht ja noch darüber hinaus. Denn das Ganze ist letzten Endes, und das macht den so bemerkenswert und, äh, nicht nur im technischen Sinne für mich eigentlich nahezu zu einem Meilenstein. Das Ganze ist halt mal mehr, mal weniger subtil wirklich eine Holocaust-Parabel, ne? Ja, ja, absolut. Und das, das ist eben auch das, was ich meine dabei. Es ist so, und das ist etwas, was, was wir als Kind, wir fassen sich direkt verstörend, aber wir haben bemerkt, oh ja, das ist, das ist ernst. Und das ist, das ist, und da ist sehr viel halt einfach auch, äh, zwischen, zwischen den Zeilen. Weil, ähm, okay, für, für all die, die vielleicht nicht wissen, worum es geht in diesem Film, ist, ja, es ist, äh, gesprengte Ketten mit Hühnern sozusagen. Eine Hühnerfarm, wo die Hühner verzweifelt versuchen auszubrechen von dem, äh, von dem, von dem Tweedy-Pärchen, wo die Mrs. Tweedy ganz eindeutig die Hosen anhat in der Beziehung. Oh ja. Und, ähm, äh, Ginger, eine schlaue Henne, die, äh, ist immer die treibende Kraft dahinter, äh, sie schaffen es nicht zu fliehen, immer wieder, äh, werden sie geschnappt und ein Huhn nach dem anderen natürlich, wenn sie keine Eier mehr legen können, dann werden sie geschlachtet, äh, was scheiße ist. Und, äh, und dann eines Tages kommt plötzlich ein, ähm, amerikanischer Hahn vorbei, äh, geflogen, verletzt sich den Flügel und sie sagt, ey Mensch, bitte hilf uns doch, äh, bring uns das Fliegen bei. Und, äh, daraus, äh, entwickeln sich dann hier und dort bestimmte Sachen, ähm, von, und, äh, dann aber Mrs. Tweedy findet eine andere Möglichkeit, wie sie aus der Farm Profit schlagen kann. Eine, die den Hühnern noch sehr viel schneller in den Kragen gehen wird. Und, äh, das ist im Prinzip die Handlung. Und, äh, was eben da so das Besondere ist und dann auch so zwischen den Zeilen ist, dass, äh, relativ am Anfang des Films wird halt dann eine, eine Henne quasi zur Schlachtbank geführt. Und das ist eine, die vorher keinen Dialog hat in irgendeiner Form, auch nicht wirklich gezeigt wird. Aber man merkt, dass die, halt, Ginger etwas bedeutet, dass den anderen Hühnern was bedeutet und so. Und eben diese Art von, halt, beziehungstechnisch halt, all das halt, so viel ist es einfach ungesagt. Aber trotzdem merkt man, äh, das Herz dabei und, äh, eben alles, was dahinter steckt. Und, und so viel wird halt eben auch visuell erzählt. Und das ist eben, das ist eben richtig cool. Und, ja, es ist, äh, es ist ein cooler Familienfilm mit so einer Edge. Und, äh, das, das hatten ja einige Filme in der Zeit tatsächlich. Ich meine, das ist DreamWorks ja pre, pre, Shrek, also ein Jahr vor Shrek. Und hier ist ja Jeffrey Katzenberg, Executive Producer, all diese Sachen. Ich weiß halt nicht, inwiefern sie ihn da reingequatscht haben, dass sie gesagt haben, wir brauchen einen amerikanischen Charakter. Weil das wirkt für mich nicht wirklich nachträglich reingeschrieben. Sondern das wirkt sehr, weiß ich nicht, der Handlung zuträglich mit bestimmten Gags und so. Ja, zumal sie, sie, sie spielen ja damit auch, ne? Ja. Also die Rolle Rocky, also der Hahn, der wird ja von Mel Gibson gesprochen. Und, äh, an einer Stelle wird aber auch angezweifelt, ob er Amerikaner ist überhaupt wirklich. Also, äh, Yankee wird ja immer wieder in den Raum geworfen, ne? Von hier Faula, dem eigentlichen Greisenhahn auf dem Hof. Ja. Und, äh, da wird ja dann auch damit gespielt, dass, weil Mel Gibson ist ja eigentlich kein Amerikaner, sondern Australier. Das stimmt. Auch wenn man das heute nicht mehr so parat hat. Ja, das ist schon sehr, sehr witzig. Ähm, ja, der war damals halt auch eine deutlich größere Nummer als, äh, als heute jetzt irgendwie, zumindest als Schauspieler. Ja, das war, der war damals, ich meine, zu dem Zeitpunkt, da hat er schon die vier Lethal-Weapon-Filme, ne? Oder? Das war schon zu dem Zeitpunkt. Ja, und Braveheart, Braveheart wird ja hier sogar referiert auch. Das ist ein erstes Wort, das ist Freedom! Genau, genau, genau. Und dass er dann fliegt und, ja, ja, das ist schon, ähm, was man ja dazu wissen muss, äh, ich hatte jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen Trivia geplündert und was echt bemerkenswert ist, dass Mel Gibson mit den anderen, also Sprechern, Sprecherinnen, überhaupt nichts zu tun hatte. Ja, der hat es in Amerika aufgenommen, ne? Der hat seine Sachen in US wirklich eingesprochen und die restlichen ja in Großbritannien und das muss man ja sagen, das zeichnet halt auch die Artman-Filme von Anfang an aus, ob es jetzt eben die Wallace und Gromit-Kurzfilme waren oder dann eben das hier. Das ist so very britisch alles, wirklich durch die Bank, ne? Das ist das wirklich Grandiose. Hier gibt's noch nicht so viele irgendwie Hintergrund-Schilder-Gags oder was auch immer, wie es bei späteren Filmen dann der Fall war. Hier steckt definitiv auch der Teufel im Detail. Ja. Aber es ist definitiv, also es ist sehr viel mehr so handlungsorientiert als Gag-orientiert, auch wenn es durchaus, es gibt Comic-Relief, es gibt lustige Stellen, es gibt Slapstick. Eine der herausragenden Sequenzen ist ja wirklich die, ähm, letztendlich die Hühner-Pasteten-Maschine. Mhm. Weil ich, ich hab als Kind, ich hab immer solche, solche Contraptions geliebt allgemein. Mhm. Und, ähm, deshalb, deshalb so eine, so eine Szene fand ich dann insbesondere ganz, ganz toll. Und da gibt's auch einige schöne Referenzen, es gibt Wortspiele und so weiter. Ich, heutzutage, aus der heutigen Sicht, findet man eigentlich, äh, finde ich das Zusammenspiel zwischen Mr. und Mrs. Tweedy mit am lustigsten. Ja, man, man bekommt da mit den Jahren einen anderen Blick drauf. Aber der ist auch, das kann man schon mal sagen, insgesamt, also auch sowohl was den Humor als vor allem das Visuelle angeht, dieser Film hat wirklich keine Partina. Ja, also der ist, für mich, für mich ist der wirklich komplett zeitlos. Ja, vielleicht die Besetzung von Mel Gibson, aber ansonsten, weiß ich nicht, handwerklich wirkt das alles wie aus einem Guss. Und da muss man sich klar machen, dass die ja wirklich diese Art von Film damals hiermit erst wirklich etabliert haben. Man sieht natürlich deutlich, also gerade wenn man die Wallace & Gromit Kurzfilme gesehen hat, die ja auch vorher schon Oscars und so gewonnen haben, also ich glaube, noch Unterscharfen hatte gewonnen. Unterscharfen, das wirkt auch, ähm, hier gibt es ganze Einstellungen, die, die, äh, erinnern sehr an Unterscharfen, also dahingehend wirkt der, also Unterscharfen, der letzte Wallace & Gromit Kurzfilm, äh, zur damaligen Zeit der Dritte, glaube ich, ne, der wirkt fast schon wie eine Trockenübung manchmal hierfür, ne, also auch mit diesem Farm-Setting und da auch diese Maschine, das generell so, ähm, klobige Maschinen, die irgendwas herstellen oder was auch immer, die tauchen ja auch schon sehr oft den Wallace & Gromit auf. Ja, es ist, ähm, die, die haben wirklich drauf hingearbeitet, dass wir, dass sie gesagt haben, so, und jetzt haben wir, und jetzt wagen wir uns an größere Sachen. Und das ist ja echt krass, es gibt sehr, sehr wenig tatsächlich Stellen, wo sie sich so, wo sie CGI-Hilfe wirklich brauchten. Die Explosion am Schluss ist CGI zum Beispiel, die ist so animiert, dass es so ein bisschen aussieht wie Stop-Motion. Ja. Ähm, aber es ist, ähm, genau, aber das war eine von den Sachen, wo sie sagten, da hatten wir einfach, da hatten wir keine Zeit mehr oder es war zu aufwendig und es tut uns auch leid, aber es ging nicht anders. Aber ich denke mir, das ist dann auch überhaupt gar nicht schlimm. Aber es ist da so viel Kreativität und es ist vor allem so viel ernsthafter Epik auch noch mit drin. Wo wirklich am Gegenende, wenn sie dann halt das zusammenbauen, womit sie dann letztendlich fliehen wollen und so, du spürst wirklich halt, wie wichtig es ist. Die Musik, äh, verkauft das so ungemein. Das ist, äh, der Score von John Powell und Harriet Gregson Williams, das ist so ein wundervoller Score. Und, ähm, mit den Kazoos und so weiter. Ich hab ja tollerweise, ich hab ja eins der Stücke live gehört vor ein paar Jahren. Mhm. In der Elbphilharmonie, da hat John Powell, ähm, das, äh, das da vorgetragen mit Orchester. Und der Chor hatte dann Kazoos. Und die haben den dann, die haben die dann gespielt. Und das ist so geil, in diesem, in diesem distinguierten Konzertsaal Kazoos zu hören. Mann, das war mega lustig. Ja, das ist, also, der Score, der ist mir auch sehr, ähm, das, das ist natürlich auch sehr heroisch angehaucht, irgendwie alles. Aber das passt, äh, also dieses leichte Pathos, das passt da wunderbar rein. Und auch die, äh, wirklich unüberhörbaren Anleihen an gesprengte Ketten, was das Hauptthema allein schon angeht. Ja, das war sogar der Temp-Track. Jetzt so im Nachhinein, ich mein, ich hab halt wirklich genau das Kontrastprogramm zu damals und jetzt dann irgendwie als Erwachsener. Ja, und wenn du dann so überlegst, also klar, natürlich, der Film hat irgendwie Gags und manche Sachen sind auch wirklich witzig. Mhm. Aber insgesamt die Grundstimmung, auch so diese Art, wie, wie die sich irgendwie zusammenrotten oder auch so diese, diese Handlungs- und Denkweise, das erinnert eher so ein bisschen an die Toy-Story-Filme. Das ist ja bei denen auch so besonders, dass diese Spielzeuge, ja, die sehen lustig aus und machen irgendwelche lustigen Spielzeugsachen oder was auch immer. Aber letzten Endes haben sie eigentlich eine relativ, äh, äh, erwachsene, reife Denkweise alle irgendwo, ne? Also dann irgendwie auch zu überleben. Und daran erinnert das hier irgendwo auch sehr. Könnte vielleicht auch ein bisschen von beeinflusst sein. Ähm, aber, äh, also wirklich, das, ich, ich war, ich war teilweise wirklich auch schockiert schon auf eine gewisse Art, ähm, wie direkt dieser Film mit, mit Holocaust-Anspielungen, äh, daherkommt. Also, äh, du hattest ja schon als Beispiel genannt, dass da eine Henne irgendwie geschlachtet wird. Und an einer Stelle heißt es dann wirklich so von der anderen, da ist ja, glaube ich, hier eine, die ist, glaube ich, nur am Stricken, die ist auch im zweiten Teil drin. Oh ja. Und die sagt dann irgendwie, ja, fährt sie jetzt in die Ferien? Und dann dachte ich mir so, wow, wow. Weil diesen Spruch kennt man ja wirklich aus, aus Filmen wie, wie, äh, weiß ich nicht, hier bei, bei Schindlers Liste gibt's ja zum Beispiel auch so eine Sequenz, ne? Wo die irgendwie die ganzen Kinder einfangen mit Doodle-Musik und, oh, die fahren jetzt in den Urlaub oder so, ne? Ja, genau, ja, es ist echt, äh, und es gibt da diese, diese fiesen, diese fiesen kleinen Extra-Gags auch noch, wo sie dann, wo dann Jinder dahinter kommt, ey, die geben uns mehr Futter, um uns zu mästen, weil sie uns dann, dann, dann abschlachten wollen. Und so, und dann, äh, hören tatsächlich die Hühner auf sie. Und das ist ja auch einer von den Momenten, wo, ähm, wo Rocky selbst da merkt, oh shit, das ist hier, das ist hier sehr viel ernster, als ich es tatsächlich nehme. Und wo dann halt alle Hühner deprimiert sind und dann die, die, die Papsi strickt da etwas und dann ist das so, so, äh, so eine Henker-Schlaufe. Oh, das ist auch, das ist auch sehr gut, ja. Ja, das ist natürlich. Das ist einfach so ein, so, so ein gutes Detail. Und, ähm, was, was ich, ich weiß noch genau als Kind, ähm, das ist auch einer von den Filmen, die mich halt wirklich geprägt haben im Sinne von, als Filmemachen-Aspekten. Weil nämlich, mir ist definitiv auch aufgefallen, dass die Animation anders war. Ich wusste nicht genau, was das war. Aber ich wusste halt definitiv, okay, das ist anders als Sachen, die ich sonst so kenne. Ich, ich glaub, zu dem Zeitpunkt kannte ich auch noch nicht Nightmare Before Christmas oder sowas. Also, ich wusste nicht genau, was Stop-Motion war. Aber ich glaub, ich kannte das teilweise aus Fernsehen. Weil ich, ich glaub, ich war sowas ja gewöhnt von Sandmännchen und sowas, weil da gibt's ja immer viel Stop-Motion. Mhm. Und, ähm, deshalb, und das hatte mich dementsprechend daran so ein bisschen erinnert. Aber, ähm, was, äh, so auf andere Techniken, bin ich da schon aufmerksam geworden als Kind. Weil mir ist immer, mir ist im Gedächtnis geblieben von Anfang an die Stelle, wo zum ersten Mal so der Roll Call ist und die Hühner da stehen. Und Mrs. Tweedy geht an ihnen vorbei und es gibt diese Einstellung von ihren Stiefeln. Mhm. Ganz nah an der Kamera. Und während sie geht, dieses, dieses Sound-Effekt von ... So diese, und, äh, das, das ist mir so im Kopf geblieben. Und, äh, wo als, als Stilmittel. Und da dachte ich, das ist echt mega cool. Dass, dass dann, dass man dann als Kind, ähm, dass einem sowas auffällt. Und wo man dann denkt, oh, 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 das ist anders, das ist besonders. Ja, und das ist, das ist eben dann echt das, äh, das Coole daran. Ja, das macht's aus, dass, das, ähm, da merkst du von Anfang an, dass hier einfach eine gewisse Edginess irgendwie vorhanden ist. Ich meine, äh, klar, die Wallace & Gromit-Dinger, die waren, äh, natürlich auch für Kinder. Aber die hatten auch schon, also, wenn man jetzt so die Wallace & Gromit-Kurzfilme Revue passieren lässt, die haben auch immer einen gewissen Genre-Einschlag gehabt. Ja. Äh, also vor allem der zweite und der dritte. Das sind ja eigentlich fast schon Krimis. Und, und das setzt sich hier auch fort. Vor allem merkst du halt auch ganz genau, wie sie das, was sie, was sie bei den Kurzfilmen irgendwie nach und nach immer weiterentwickelt haben, äh, wie sie das hier genau anwenden. Also allein schon halt das Design, dass sie, ähm, ich meine, das Design ist ja eigentlich ziemlich simpel. Mhm. Und zugegebenermaßen ist es auch irgendwie ein bisschen befremdlich, dass man hier halt Hühner irgendwie mit, mit Lippen, Mündern und vor allem Zähnen hat. Aber was halt schon einfach, ähm, komplett die Konkurrenz weggewischt hat, ähm, und das haben sie ja auch schon bei Wallace und Gromit einfach, äh, äh, eigentlich perfektioniert. Ich meine, ganz ehrlich, wie genial muss das bitte schon gewesen sein? Ich meine, überleg mal, du siehst zum ersten Mal diese Art von Film, weißt dann, wie das gemacht ist und dann siehst du erst mal, dass sich die Zungen, die Zungen beim Sprechen bewegen von den Figuren. Ja, gerade, gerade bei den Menschen fällt das auf. Ja. Du siehst halt, also du siehst sofort, dass das von denselben Machern ist wie, äh, Wallace und Gromit, das siehst du, ne? Ja, genau. Das ist gerade, gerade eben diese, diese Designs und so weiter. Ja, es ist halt echt cool, was auch, was den auch besonders macht im Vergleich zu anderen Familienfilmen und Animationsfilmen und so weiter und so fort. Der ist visuell bewusst sehr düster. Ja, richtig. Es ist alles irgendwie, es ist alles dreckig, es ist nicht wirklich bunt, es ist sehr, sehr, es wirkt alles sehr lift in und irgendwie schleimig und so weiter und halt alles, alles sehr benutzt und das ist eben etwas, was auch sehr gut zum Setting passt, aber eben, es ist irgendwie nicht so squeaky clean und bunt und happy und das ist eben auch etwas, was, was den herausstechen lässt, äh, von anderen Sachen. Mir ist immer auch im Gedächtnis geblieben, es gibt gegen Ende so eine Schlammschlacht und da fand ich so cool, wie dazu dann, wie du dann diese, diese, diese Klecksspritzer auf den Wänden siehst und, äh, wie die dann eben dann so verfärbt sind von diesem Kneten-Matsche-Schlamm und so und das ist, alles ist so ein distinktiver, besonderer Look und wo du dir vorstellst, dass hinter jedem Frame steckt so viel Arbeit und das ist eben auch etwas, was Artman so besonders macht, ist, dass die nicht auf diese Perfektion gestrebt haben, wo sie dann gesagt haben, oh, hier dürfen keine Fehler irgendwie drin sein, sondern, dass die immer auch darauf geachtet haben, wir lassen die Fingerabdrücke der Animatoren dran und löschen die nicht irgendwie digital im Nachtrag und das ist etwas, was dem noch so viel mehr handgemachten Charme verleiht. Ja, bis heute eigentlich, ne, wobei man sagen muss, sie haben ja dann auch Animationsfilme gemacht, Flutsch und Weg und, äh, Arthur Weihnachtsmann und da haben sie ja teilweise sogar Programmzeilen geschrieben, damit die Figuren, also die, die, äh, CGI-animierten Figuren Fingerabdrücke verpasst bekommen, aber. Ja, das war definitiv bei, ähm, Flutsch und Weg der Fall, dann bei, ähm, Arthur Weihnachtsmann war es dann ja durchaus ein sehr anderer Stil. Definitiv, ja, da kann man gerne in unseren anderen Podcasts so reinhören, da haben wir wirklich extrem ausführlich über Flutsch und Weg gesprochen, sehr unterschätzt ist der Film. Was man hier noch sagen kann, insgesamt zum Look, also, ja, das wirkt alles sehr haptisch, ich hab jetzt auch nochmal gelesen, sie mussten, äh, trotzdem Kompromisse eingehen, weil man kennt das ja, ähm, dass Film heutzutage auf 24 Bildern pro Sekunde läuft und, ähm, um aber Geld und Ressourcen zu sparen, haben sie für, äh, eben den, den ersten abendführenden Spielfilm auf 20 Bilder pro Sekunde gesetzt und 20 Bilder pro Sekunde, man muss sich vor Augen führen. Äh, wer, wer jetzt wirklich nicht, äh, Stop Motion kennt, ganz, äh, simpel erklärt, man hat eine Figur, äh, verändert die ein klein wenig, also eigentlich fast wie bei einem Daumenkino, nur dass man's nicht zeichnet, äh, da macht man ein Foto und dann geht's immer weiter. Das heißt also, jede Sekunde Film hier besteht schon aus 20 Einzelbildern und, äh, Beatmen ist, glaub ich, so die Faustregel. Weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, wahrscheinlich schon, aber früher haben die wirklich zwei Sekunden, also ein Animateur hat, äh, zwei Sekunden Filme am Tag hergestellt. Oh, fuck. Ne? Das ist echt, äh, ja, das ist, das ist, sowas ist echt crazy und, äh, sowas zu koordinieren, das muss ein Albtraum sein. Da dran zu bleiben, also, ich mein, an den, die, die Kurzfilme, die waren ja auch schon, also wer, wer möchte, kann sich gerne mal, äh, die, äh, Wallace und Gromit Kurzfilme, gibt's bestimmt irgendwo auf YouTube, ich mein, das ist schon der Hammer, wie die da wirklich eine Verfolgungsjagd auf einer Spielzeugeigenbahn hat. Ja, das ist echt einer der, der Höhepunkte überhaupt im Animationskino. Und das sieht, das sieht immer noch gut aus, das sieht immer noch gut aus, ich mein, das war ein kleiner Studentenfilm und da haben die bestimmt auch schon wahrscheinlich ein Jahr dran gearbeitet und hier, boah, also, ich meine, das hat ja seinen Grund, warum diese Filme so selten kommen, weil das einfach wahnsinnig aufwendig ist, ne? Das ist eben auch das Interessante an Stop-Motion, eigentlich ist Stop-Motion so gut wie immer zeitlos, weil es gibt, es gibt definitiv etwas, was irgendwie so höherer Standard ist, aber letztendlich ist es dieselbe Technik und es ist ein praktischer Effekt und, ähm, es ist alles halt in Kamera, wenn's halt wirklich so reines Stop-Motion ist und das macht es dann irgendwie dann so, so zeitlos in gewissem Sinne. Ja. Und eben, das ist eben auch einer der Gründe, warum du, warum Chicken-On heutzutage zum Beispiel, weiß nicht, optisch vielleicht ein bisschen besser gealtert ist als der erste Toy Story, wo dann der halt definitiv halt, ähm, ein Meilenstein war, was bestimmte Sachen anging, aber wo sie halt einfach trotzdem begrenzt waren, was, was, was andere Dinge anging und entsprechend aber haben sie ja auch, hat Pixar ja auch in den ersten Filmen drum rumgearbeitet, wo sie gesagt haben, ja, echte Menschen können wir noch nicht so gut, wir machen also größtenteils eher mit Objekten, was, wo sie, wo sie halt, wo sie halt mehr Freiheiten haben, entsprechend, okay, wir machen was mit Fischen, wir machen Monster, wir machen Spielzeug. Ja, die haben lange ums Uncanny Valley sind die herumgetänzelt, ne? Ja, ja. Ja, und das, und das, da sind sie auch wirklich nie reingekommen, äh, mit der Ausnahme lustigerweise, obwohl die definitiv cartoonhaft waren in den Designs, aber mit der Ausnahme von Soul, wo ich mir dachte, weil da sind die Texturen so realistisch, wo ich da ab und zu mal wirklich so ins Uncanny Valley, da kriegen sie die Hauttexturen so gut hin. Und, ähm, deshalb, deshalb fand ich das dann dort ein bisschen, oh, oh, das, das, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber man, man merkt, wie weit die da gekommen sind. Und umso schön, dass es eben das, abgesehen von den Ausflügen ins CGI, was im Fall von, äh, Flutsch und Weg tatsächlich anscheinend Necessity war, weil da irgendetwas ressourcentechnisch abgebrannt ist bei denen. Ja, ja, die hatten ein schweres Feuer, glaube ich, irgendwie in der Atmenstudio. Ja. Genau. Und wo sie gesagt haben, okay, wir machen das so, aber trotzdem behalten wir so einen Look bei und das ist dann okay. Und im Fall von Arthur Weihnachtsmann, wo es ja eben dann Sony-Produktion und da, was dann eben was vollkommen anderes, aber das ist auch ein sehr hübsch anzusehender Film. Mhm. Optisch und, ähm, ja, aber sonst haben sie immer diesen Look behalten und immer so diese Devise mit, wir haben die, die Abdrücke drin und so, aber trotzdem technische Erweiterungen, wo wir dann halt, wir haben halt mehr CGI-Hintergründe hier und dort und wir haben hier und da Ergänzungen. Was sogar jemand mal angekreidet hat in der Kritik von, was war das, die Piraten? Mhm. Mhm. Weil da ist zum Beispiel, äh, im Finale, da ist quasi so das komplette Schiff der Queen. So CGI und da hatte ein, ein, äh, Kritik, ich glaube es war Filmstarts, dass jemand angemerkt, oh, Atmen muss aufpassen, dass sie ihren Sonderstatus, äh, als Stop-Motion-Ding nicht verlieren, nicht? Dass sie die andere Technik überhand nimmt. Ja. Und die Sorge kann ich gut verstehen, aber so richtig eingetreten ist es bisher noch nicht. Bisher haben sie dann immer das Tool einfach als Hilfe genommen und das machen ja andere auch, halt das, das haben sie ja auch gemacht in den Sachen von Leica und so weiter. Aber ja, äh, insgesamt ist es ein, ein, ein Film, auf dem so ein bisschen ein Legacy ruht und, äh, einer, den man heute noch ganz wunderbar anschauen kann. Ja, es ist, ähm, also die haben einfach in der Hinsicht, was so die, die Haptik des Ganzen angeht, einfach, äh, eine goldrichtige Entscheidung getroffen. Also, äh, Chicken Run, der ist wirklich, der, der ist zeitlos, was, was, was den Look angeht und dass sie auch wirklich, also such mal heute bitte so eine Art von Film, der so relativ edgy daherkommt, auch was so, ähm, Anspielungen für Erwachsene angeht. Also, mal als Beispiel, äh, hier eine der Hennen hat ja irgendwie, äh, so eine, so eine, äh, riesige Glasbrille, glaube ich, auf. Das ist, äh, soweit ich weiß, eine direkte Referenz auf Papillon, wo, äh, Dustin Hoffman, äh, irgendwie auch sehr prominent so eine Brille trägt die ganze Zeit. Ist ja auch ein ganz berühmter Knastfilm. Äh, im, im Deutschen ist das auch noch ein bisschen amüsanter, weil, äh, da haben sie die Rolle nämlich mit, äh, derjenigen oder demjenigen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hat, äh, die Figur im Deutschen dieselbe Stimme, die Alfred Judokus Quack hatte in dieser alten Trickserie. Oh, tatsächlich, dass dieselbe? Ja. Oh, dass ich das nicht erkannt habe. Ja, weil, das ist das Lustige im Original, das ist, äh, ein schottisches Huhn. Ah, dann haben sie das. Und weil du das nicht, ja. Und weil du das nicht gut ins Deutsche übertragen kannst, haben sie, im Deutschen haben sie eine Holländerin rausgemacht. Genau, ja, ja. Das ist eine gute Lösung. Das ist, das ist ja auch eine Holländerin, die sie da spricht. Ja, oh, das wusste ich nicht, das ist, ach, das ist ja lustig, das ist, das ist dieselbe. Wer Alfred Judokus Quack kennt, äh, der weiß vielleicht, die Stimme, die klingt sehr besonders. Total, so toll auch, ja. Ähm, ähm, grandiose Serie sowieso. Oh, ne, ja, da, da, da ist, die, die würde ich an Lüsten Heilig sprechen, also das ist, wäre, wäre, wäre mal was wirklich völlig, äh, äh, wow, also was, was die sich da damals getraut haben. Im Rahmen eigentlich einer, in Anführungsstrichen, Kinderserie, wobei die allein schon richtig düster eigentlich anfängt, aber gut, darum geht's jetzt nicht. Also, was man festhalten kann, Chicken Run ist, also wirklich, ich hab mich im Nachhinein so die ganze Zeit gefragt, oder eigentlich schon während des Films, warum hab ich den eigentlich nicht schon längst mal geguckt? Weil der wirklich, also ich, ich würde so weit gehen, dass, also ich meine, ich liebe, äh, eigentlich so ziemlich alles von Atmen bis auf Early Man, dem muss ich irgendwann mal eine neue Chance geben. Mhm. Aber, äh, ich würde wirklich so weit gehen, dass das fast mit der beste Atmen-Film ist hier, weil hier passt wirklich fast alles, also, vor allem, sie haben ja, das hab ich jetzt auch gelesen, die haben ja sogar noch Zugeständnisse irgendwie an ein Massenpublikum gestrichen, weil ursprünglich hatte Ginger, äh, also im ursprünglichen Skript hatte Ginger eigentlich einen jüngeren Bruder, Nobby oder so, und der sollte wohl so ein bisschen auf, auf Cuteness, also von wegen süß und hier Massenpublikum, und das haben sie dann gestrichen, um das Ganze halt noch ein bisschen rougher zu gestalten. Und da denkt man sich auch so, also heute würden die zehnmal so eine Figur da reinstopfen und da haben sie die einfach gestrichen, ne, also. Oh ja. Schon bemerkenswert, also, äh, ich, ich, ich kann wirklich den nur jedem wärmstens ans Herz legen, also das ist auch kein Film, bei dem sich Erwachsene irgendwie, weil es gibt ja nun mal immer noch dieses Klischee von wegen, ach ja, Erwachsene müssen sich den Film mit Kindern angucken und dann, dann, äh, ja, hier und da ist mal ein bisschen lustig, aber letzten Endes interessiert sie das nicht und, äh, ich glaube nicht, dass, also klar, es wird Erwachsene geben, die sich auf diesen Stil nicht so einlassen können, ähm, erst recht heute, der, der, der wirkt natürlich auch heute eigentlich noch edgier als früher, ne? Ja, das stimmt. Ich meine, heute sind wir, äh, glatte, äh, vorgerenderte CGI-Hintergründe und nahezu perfekte Animationen gewöhnt und da wirkt das hier schon, ja, das, das ist so bemerkenswert, der wirkt aus der Zeit gefallen und zugleich ist die Art und Weise aber doch irgendwo zeitlos geblieben, ne? Ja, und das ist, ja, und das ist nicht so wirklich so in your face funny halt, also es gibt nicht so dermaßen viele, ähm, Gags in, in so eine bestimmte Richtung, wie es heutzutage der Fall ist. Nee, ähm, das ist, und das ist eben auch das, und das ist eben auch einer, der nicht, der nicht seine Laufzeit überstrapaziert, als einer, der ganz genau, hier, wir haben diese Story, wir haben so und so viel Zeit, hier, bitteschön, fertig. Ja. Ähm, das ist einer, der sehr, sehr effizient seine Geschichte erzählt und das ist heutzutage selbst im Animationsbereich auch selten. Ja, insbesondere im Animationsbereich hast du eigentlich nicht so einen starken Fokus aufs Narrativ, aber, äh, daran merkst du vielleicht auch, dass die eben vorher Kurzfilme gemacht haben und bei Kurzfilmen musst du halt Kompromisse eingehen und wirklich nur das zeigen, was unbedingt nötig ist und dann auch in dem und dem Format, ich meine, das merkst du ja auch bei, bei Realfilmen, wenn, wenn du zum Beispiel Regisseure hast, die aus dem Kurzfilmbereich kommen, dann merkst du sehr häufig, äh, dass die da eben ihre Wurzeln haben, weil die einfach eine ganz andere Art, äh, äh, von, von, von Erzählen gewöhnt sind, immer sehr reduziert, immer mehr, äh, komprimiert, Kompromisse ohne Ende und bei manchen führt das ja auch dazu, also, es, es gibt so viele Regisseure oder was weiß ich, die irgendwie aus dem Serien- oder Kurzfilmbereich kommen und wenn die dann zu viele Freiheiten haben, dann, dann verlernen die ein Stück weit sogar ihr Handwerk, ne? Ja, ja, absolut. Naja, also, wir können rundum sagen, es ist, äh, Fantastischer Film. Ein, ein toller, toller Film. Ja, ich würde, ich, ich weiß nicht, ob es, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Artman-Film ist, aber es ist definitiv, und ich meine, in einer Vita, wo ich eigentlich nichts schlecht finde, tatsächlich, ähm, da, vielleicht ist das jetzt schon sogar eine Vorwegnahme, aber da, äh, wo ich, wo ich mir, wo ich mir denke, dass es, äh, nee, das ist ein, ein grandioser Live, äh, so, ähm, Langfilm-Auftakt, ähm, gewesen. Ja. Und, ähm, zeigt, zeigt sehr gut, wo es dann noch, äh, so hinging mit ihnen und, äh, ich bin froh, dass sie immer noch sich diesen Status beibehalten haben und ich hoffe, da kommt noch sehr viel mehr und ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann Sequel kriegen. Ja, ich meine, gut, mit Sequels haben sie ja schon angefangen. Ähm, mit, äh, Schaunt das Schaf 2, da hast du mich ja damals, glaub ich, genau, da hast du mich damals zu interviewt, äh, darf man auch sehr, sehr gerne reinhören im Podcast. Äh, hast du den Film eigentlich mittlerweile gesehen? Äh, noch nicht, nein, aber ich hab ihn hier. Ah, okay. Ja, der ist auch wirklich. Das ist einer, der einzige, der mir jetzt noch fehlt, ähm. Ja. In dem, in dem Ding, ja, den hätte ich tatsächlich jetzt endlich mal nachholen müssen, nicht Depp, ähm, aber hab's vergessen. Ja, aber im Fall von Schaunt das Schaf ist ja das Ding, weil das ist eine, ja quasi so ein, Franchise, was sehr viel heute noch präsenter ist und da war ja auch der erste Film gar nicht so lange her. Und entsprechend fand ich's doch ein bisschen, also überraschend. Ich fand's nicht komisch, aber überraschend, dass ich, oh, Sequel zu, okay, klar, warum nicht? Ja, zum ersten Mal ein Sequel, ne? So ein, so ein richtiges, ja, und das, das fand ich dann doch sehr interessant. Ja, Chicken Run 2. Was man, äh, das, das will ich nur kurz ergänzen zu, äh, zu Chicken Run 1. Ähm, ich hatte eigentlich immer gedacht, dass der damals den Oscar gewonnen hat, das war aber überhaupt nicht der Fall. Ja. Weil damals gab's noch keine Animationsfilm-Oscars. Genau, richtig. Und der Film, der ist womit dafür verantwortlich, dass halt die, äh, Kategorie bei den Oscars geschaffen wurde, also bester Animationsfilm oder, äh, Animationslangen-Spielfilm, was auch immer. Ja. Und, äh, ja, den hat dann im darauffolgenden Jahr dann wirklich Dreamworks gewonnen, aber diesmal dann für Shrek. Ja. Das ist doch sehr, sehr lustig, dass dann der erste Langfilm-Animations-Oscar, dass der dann nicht an Disney ging. Ähm, tatsächlich, ja. Ich hatte wirklich gedacht, dass Chicken Run den damals bekommen hat. Also, ich mein, Nick Park hat ja dann den Oscar bekommen, glaub ich, dann für den, äh, hier den, den Wallace & Gromit-Kinofilm auch völlig zu Recht, wie ich finde. Oh ja, aber er hat ja nicht sogar schon vorher, weil es hat ja mindestens einen, einen Kurzfilm auch einen Oscar gewonnen von denen und ich glaube, vielleicht war er da auch schon mit dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Unter Schafen hat ihn, glaub ich, gewonnen. Die beiden anderen waren nominiert. Ah, okay, okay. Gut, ich dachte halt, die Techno-Hose hatte definitiv auch irgendwas da in der Richtung. Aber naja. Ja, der war ja auch wirklich, also, oh Gott. Wie gesagt, wir, wir referieren sie nochmal, die Verfolgungsjagd auf der Spielzeugeisenbahn. Also, da kriege ich heute eigentlich den Mund nicht zu, wie sie das gemacht haben, weil das, das ist halt das, das Besondere an Atmen, das sind halt nicht irgendwie, weißt du, du hörst irgendwie, ja, die haben das so animiert, ja gut, ja, weiß ich nicht, die Figur hebt jetzt mal so die Hand und dann wird ein Foto gemacht und dann hebt sie ein bisschen höher die Hand. Und, also, so von wegen, so, so Studentenfilme, wo Männchen eigentlich nur von A nach B laufen und lustige Sachen machen. Aber das ist das ja nicht, ne? Also, die haben ja, selbst in den Kurzfilmen, haben die mit, mit Kamerawinkeln, mit, 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 äh, sonst was gespielt. Und, äh, nachdem sie das in, in Chicken Run, äh, äh, ja, auf die große Leinwand wirklich übertragen haben, ja, gab's dann eine ganze Reihe an Filmen und dann ja 2019 das erste Sequel, äh, zu Sean da Scharf, was ich sehr gelungen fand. Also, da dachte ich mir auch erst so, äh, äh, Atmen und Sequels und als ich, äh, da muss ich ja zu sagen, ich hab den ja damals wirklich in der Pressevorführung gesehen und dann dachte ich mir so, ja gut, ob man jetzt ein Sequel zu Sean da Scharf braucht, das sei mal dahingestellt, aber wenn es eins geben muss, dann bitte so eins. Und da war dann ja schon, da hatte ich ja damals die Kritik geschrieben und da kursierte dann schon rum, oh, sie machen tatsächlich ein Sequel zu Chicken Run, äh, zwischendurch gab's dann ja den Umzug zu Netflix, ne? Also, die haben ja, äh, muss man ja wissen, Atmen hat's ja immer einen schweren Stand gehabt, die haben bei Dreamworks nicht so wirklich ins Portfolio gepasst, bei Sony auch. Dann haben sie sich eine ganze Zeit lang selbst verwaltet, weil sie dann irgendwie so vor der Entscheidung standen, ja, entweder wir verkaufen die Firma oder absolut jeder Mitarbeiter hier wird, ja, äh, Anteilseigner sozusagen. Also, so richtig kommunistisch fast schon. Early Man ist ja auch irgendwie Amazon-Coproduktion. Ähm. Ja, Sean da Scharf auch schon. Ja, ja, genau. Also, die haben, die, die, die sind hausieren gegangen bei Leuten. Es ist halt mit verschiedenen Animationsstudios, die haben hier und da einen schweren Stand. Äh, Dreamworks kann jetzt auch ein Lied davon singen inzwischen. Mhm. Ähm, aber, ja, und, äh, dann letztendlich kommt diese Ansage, oh, es wird an einem Sequel gearbeitet. Und wo ich mir dachte, ich hatte da erst mal irgendwie null Gedanken wirklich. Null, äh, im Sinne von gut oder schlecht. Mhm. Einfach nur, okay, mal sehen, was das ist. Aber immerhin, es bedeutet ein neuer Artman-Film. Ähm, und, ähm, wir, man kann leider nicht über den Film sprechen, ohne eine bestimmte Kontroverse zu erwähnen im Vorfeld. Ja. Und das ist nämlich auch eine der ersten Sachen, die ich über den Film gehört habe, weil normalerweise bei so einem Film werden ja als erstes dann die Stimmen aufgenommen und so weiter. Und, ähm, es wurde dann verkündet, dass, ähm, die Originalsprecherin von Ginger, Julia, ähm, Savala, nicht, ähm, zurückkehrt für die Rolle, äh, weil sie anscheinend auch nicht mal gefragt wurde, so direkt. Sie wurde anscheinend ihr, es, es, es bestand die Sorge, dass ihre Stimme inzwischen zu alt wäre. Und sie hat dann, weil die haben ihr nicht mal gegönnt, einen Stimmtest zu machen, sie hat selbst einen eingereicht, den ich gesehen habe, wo sie halt quasi, ähm, Clips aus dem Originalfilm nochmal nachgesprochen hat und es klingt eigentlich nicht anders. Es klingt eigentlich wirklich noch genau so. Und wo ich mir denke, selbst wenn sie ein bisschen älter klingt, was soll's, der Film spielt auch ein bisschen, ein bisschen Zeit nach der, nach dem Original. Nein, aber wie auch immer, sie wurde nicht genommen, äh, was man nicht der neuen Besetzung ankreiden möchte, weil letztendlich wurde dann, äh, Fan-Deaf-Newton, ähm, die neue Ginger. Mhm. Was ich, was ich aber erwähnen muss, ist, dass das wirklich als so ein, ähm, negativer Schatten über dem Film lag für mich die ganze Zeit. Ja. Ähm, wo ich mir, wo ich mir dachte, das ist, äh, sehr, sehr schade, dass sie hier nicht in irgendeiner Form so eine, so eine gewisse Einsicht gezeigt haben. Was es noch umso unangenehmer macht, dass man sie tatsächlich kurz in einem Flashback hört. Und sie wird auch im Abspann aufgeführt. Mhm. Und das, das ist noch so zusätzlich, wo ich denke, ach Gott, das ist, wenn das nicht, wenn, wenn das nicht wäre, dann, dann, dann wäre wirklich so ein blöder Schatten weg. In dem anderen Fall von Recasting ist es verständlicher. Nämlich, und das leider führte auch zu einer Kontroverse. Und ich bin gleich fertig, liebe Hörende. Ähm, aber selbstverständlich aufgrund von, äh, Mel Gibsons, äh, weit, äh, bekannten Eskapaden, äh, wurde auch eher gerecastet. Mhm. Und zwar mit Zachary Levi, wo ich mir dachte, okay, cool. Das Problem ist jetzt, dass seit, seitdem das alles aufgenommen wurde, ist leider Zachary Levi auch unangenehm aufgefallen, mit bestimmten Äußerungen, nicht nur auf, äh, wegen der Schreiksache, sondern anscheinend auch, äh, wegen, äh, bestimmten, ähm, Vaccine-Statements, die er gegeben hat. Es ist, es ist eine schwierige Kiste. Inzwischen ist halt quasi auch irgendwie, ähm, so, ja, so, quote-unquote, gecancelt in gewissen Kreisen. Ähm, das ist, das ist sehr, sehr schade natürlich. Und ich kann auch verstehen, dass es, äh, bestimmten Leuten dann irgendwie so, so ein Teil des Films kaputt macht, wie auch immer. Ich kann in diesem Fall drüber hinwegsehen, weil ich mir denke, ey, das konnten die ja vorher nicht wissen. Letztendlich ist es wirklich das, das andere Neukasting, wo ich mir dachte, das ist, das ist schade. Aber das möchte ich nicht, äh, Fanny Fnewton ankreiden, die hier einen sehr guten Job macht und auch den Rest des Films nicht. Da, finde ich halt wirklich, hat nur das Studio-Mist gebaut. Und jetzt bin ich auch mit dem Thema fertig. Ja, da kann ich noch, ähm, vielleicht zu ergänzen, ich hatte, äh, Interview mit dem Regisseur Sam Fell gelesen. Also, das ist auch ungewöhnlich, dass, ähm, der Film hier tatsächlich wirklich nur einen Regie-Credit hat. Weil so gut wie immer, äh, haben die eigentlich immer zwei Leute an diesen Projekten dran gehabt. Es ist noch ein, ähm, ein bisschen später im Aschmann ist noch ein Co-Director aufgeführt. Ach so, okay. Ja, genau, aber das, das machen die öfter bei solchen Sachen. Sam Fell hat ja, hat durchaus Erfahrung, also der hat ja, äh, Flutsch und Weg inszeniert, soweit ich weiß. Ja. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, die Recastings gehen ja noch weiter. Also zum Beispiel hier dieser, äh, steinalte, äh, Royal Air Force-Hahn aus dem ersten Teil. Da ist ja der Sprecher, glaube ich, gestorben, sogar relativ zeitnah zu dem von, äh, Wallace, von Wallace & Gromit. Also hier Peter Sellis mit, nächstes Jahr soll ja trotzdem ein Wallace & Gromit-Sequel kommen. Ich bin gespannt, was das wird. Ja. Ähm, auch natürlich unter dem Dach von Netflix. Aber sie haben, sie haben trotzdem noch einige andere Recastings und jetzt hier Fendi, äh, Fendi wie Newton wird sie, glaube ich, ausgesprochen. Die, die schreibt sich jetzt auch seit einigen, äh, Jahren anders, weil die irgendwie ihre, ähm, ich glaube, die hat doch irgendwie Wurzeln in Zimbabwe, soweit ich weiß. Ah, daran liegt's, weil ich dachte mir schon, wurde die immer so geschrieben? Ich kann mich irgendwie nicht erinnern. Genau, deshalb hatte ich mich gewundert. Ah, okay. Genau. Ähm, und sie haben die, äh, wie ich das gehört habe, vor allem gecastet wegen, äh, sie hatten die, äh, in der Serie Westworld gesehen, die ich ja auch besprochen habe und wo Fendi wie Newton auch wirklich ganz, ganz groß großartig ist. Mhm. Also, bei der Serie hat man sie wirklich von der Leine gelassen, weil, ganz ehrlich, die Frau, die war eigentlich immer nur Eye-Candy in Hollywood und ist jetzt natürlich auch in einem gewissen Alter. Aber da sind wir jetzt auch schon bei dem Punkt, weil, also, weil ja hier die, äh, ursprüngliche Ginger-Sprecherin als zu alt empfunden wurde, äh, Fendi wie Newton ist gerade mal vier Jahre jünger. Ja. Und ich muss auch sagen, was mich im, vor allem im Originalton dann echt gestört hat, weil, also, nichts gegen Fendi wie Newton ist, ist eine fantastische Schauspielerin und die macht ihre Sache an sich auch gut. Das Problem ist, dass sie leider irgendwie nicht in diese Rolle passt. Vor allem merkt man das in Relation, äh, zu ihrer Tochter, die ja von Bella Ramsey gesprochen wird, die kennt man ja zum Beispiel aus Game of Thrones oder zuletzt aus The Last of Us. Ja. Und die ist halt, äh, wirklich eine Britin durch und durch und spricht auch wirklich absolutes British-Englisch und das findet sich halt bei ihr als ihrer Mutter überhaupt nicht wieder. Ja, es ist ein bisschen, ja, es ist, ich, ich hab nicht wirklich da ihre, ihre Stimme als irgendwie fremdartig empfunden, aber es ist, äh, es ist definitiv so ein gewisser Switch da. Also, es ist, äh, das ist, äh, der Fall, wo es am auffälligsten ist, wohingegen Zachary Levi, finde ich, sehr gut funktioniert hat als Rocky. Ich finde, da hat man kaum jetzt einen tragenden Unterschied festgestellt zu dem, wie Mel Gibson die Rolle angelegt hat. Ich finde, da hat das sehr gut fortgesetzt. Ja, der hat ja auch gar nicht so viel, ähm, das muss man ja sagen, also alle drei, also jetzt Fendi V. Newton, Zachary Levi und auch Bella Ramsey, die haben jetzt nicht die Riesenerfahrung mit Animations, äh, Synchro, ne? Außer, äh, tatsächlich, Bella Ramsey ist ja Hilda in der Netflix-Serie. Also, sie hat, sie hat definitiv schon ein bisschen Erfahrung, was das angeht. Ich wusste, ich glaube, ich hatte vorher gehört, dass sie beteiligt war, ich hatte es aber vergessen. Okay. Ähm, bevor ich den Film geschaut habe und dann habe ich, und dann sagt sie ihre ersten Sätze und ich denke mir, ist das fachlos? Fucking Bella Ramsey, nice. Ja, man muss ja dazu sagen, in Early Man hatten sie ja auch, glaube ich, schon Macy Williams aus, äh, Game of Thrones. Ja, stimmt. Ja, aber ich bin großer Fan von Bella Ramseys Schaffen und, ähm. Ja, ich finde die auch ganz großartig, ja. Und sie, sie, sie passt wundervoll in einen Film wie diesen. Oh ja. Ganz, ganz grandios. Wir sollten aber vielleicht mal, äh, vorher erörtern, äh, was das jetzt genau ist. Yes. Äh, also Operation Nugget ist, ja, im Prinzip ein direktes Sequel. Also, der erste Teil endet ja damit, dass denen die Flucht gelingt und sie dann irgendwie, äh, ja, eigentlich fast wie eine Art Kommune auf einer Insel leben. Ja, als Hühner. Und dann liegen da auch ein paar Jahre zwischen, währenddessen wird eben, äh, die Tochter von Rocky und Ginger geboren, Molly. Die sehen wir auch am Anfang als Ei. Das ist auch so Alfred-Judokus-Quacks-Weib irgendwie. Ja, definitiv. Ja, und dann ist es eben so, dass, äh, Molly, also die ist von Anfang an sehr neugierig und die will dann natürlich auch mal das Nest verlassen, beziehungsweise die Insel. Die Eltern sind beide sehr, ja, überbeschützerisch, beziehungsweise da auch so ein bisschen gegensätzlich, weil während Ginger, die, äh, ja, irgendwie auch natürlich traumatisiert ist von dem, was sie da erlebt haben im ersten Teil mit Mrs. Tweedy. Die, also der, der Vater halt hier, Rocky, der predigt ihr die ganze Zeit was von Lonesome Ranger und, äh, Ginger ist halt die überbeschützerische Helikoptermame eigentlich fast schon. Äh, davon lässt sich dann aber Molly nicht unterkriegen und büxt aus und gerät dann relativ schnell, ja, in so ne Einrichtung, ähm, wo sie eigentlich erst denkt, das ist förmlich ne Art, äh, Freizeitparadies für, äh, ja, für Hühner eben. Ja. Das ist so wirklich so ein bisschen das Äquivalent zur Vergnügungsinsel in Pinocchio und wie man das dann kennt, äh, ist das Ganze halt ein, ja, Utopia, ne? Das, ja, ganz genau, aber dann ist es halt, dann steckt auch etwas Düstereres dahinter, was ich sehr schnell habe kommen sehen und ich hab auch, äh, keine Trailer angeschaut, deshalb, ähm, wusste ich persönlich gar nicht, wie viel sie tatsächlich vorwegnehmen, aber ich wusste sehr, sehr schnell, worauf es hinausläuft und der, der Titel an sich ist ja auch tatsächlich ein großer Hinweis. Ja. Äh, 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 äh ist sie jetzt mit jemandem Neuem verheiratet, weil ich bin, was absolut verständlich ist, im Sinne von, ja, das wäre definitiv ein Scheidungsgrund, die ganze Scheiße, die passiert ist im ersten Film. Oder wer weiß, was sie mit ihm angestellt hat. Die hat ja eh nur, die sagt ja dann auch hier in dem Film glaube ich noch eindeutiger von wegen, ihr gehen zwei Arten von Wesen auf den Sack, Ehemänner und Hühner, ne? Okay. Ja. Aber was ich hier mit dem quasi neuen Ehemann machen, ist, finde ich, sehr, sehr gut. Insgesamt ist wieder, auch was andere Neu-Castings angeht, das ist wieder ein grandioser britischer Vibe. Ja, genau, Fowler ist ein anderes Neu-Casting, eben aus der Society, weil der Originalsprech gestorben ist und David Bradley ist ein grandioser Ersatz. Oh, ja, der hat auch mit den besten Running Gag auf seiner Seite. Also, das ist wirklich halt so Oldschool-Atmen gewesen, dieser Humor. Vor allem diese Schnecke sah sehr aus wie aus Flutsch und Weg. Ja. Wer letztendlich geblieben ist, das sind Imelda Staunton als Bunty, dann haben wir noch Jane Horrocks als Bubz, die ist auch noch dabei und ich glaube, Lynn Ferguson war dann auch im ersten Film dabei. Ja, ich meine auch. Als Meg, also die Helden, die anderen Helden, Hühner sind alle noch dabei. Nick und Fetcher, die beiden Ratten, wurden neu gecastet, aber im Original quasi unerkennbar. Wo ich mir dachte, oh, sehr, sehr, sehr guter Ersatz. Ich kenne ja auch Daniel Maces Arbeit mit romisch Ranganathan, habe ich nicht so viel Erfahrung, aber ich finde, die haben ihren Job sehr, sehr gut gemacht. Das andere, wo sie es behalten haben, ist Mrs. Tweedy, Miranda Richardson, die ist wieder mit dabei und das ist, und es ist insgesamt auch bei den Castings von den neuen Leuten ist ein großer britischer Vibe dabei. Es gibt noch einen anderen menschlichen Charakter, der auftritt, quasi dann so ein, der der Besitzer von einer Kette, würde man sagen. KFC ins B. Genau, und der kam an und hat gesprochen und ich denke mir, ist das Simon Pegg? Der klang exakt wie Simon Pegg. Und dann im Abspann ist es, oh, es ist Peter Serafinovich. Wo ich nicht mit gerecht ist, wo ich dachte, das klang die ganze Zeit wie Simon Pegg und ich hatte halt beim Gucken, ja, okay, ist logisch, dass die Simon Pegg für sowas besetzen, aber dann ist es Peter Serafinovich, der klingt wie Simon Pegg und die haben auch mehr als einmal schon zusammengearbeitet und das ist noch umso irritierender irgendwie. Also, der Voicecast macht für sich genommen einen guten Job, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt den, also das ist vielleicht Segen und Fluch zugleich, dass man jetzt den ersten Teil auf Netflix gucken kann vorab, also insbesondere im Originalton, wobei auch im Deutschen, im Deutschen haben sie auch echt, sie haben versucht, so viele Stimmen wie möglich wiederzuholen. Es hat aber, also vor allem, da muss man ja zu sagen, dass Rocky in der deutschen Version damals von Ingolf Lück gesprochen wurde. Ja. Das haben sie nicht nochmal gemacht. Generell haben sie ja eigentlich auch kein Promi-Casting, auch Mrs. Tweedy hat eine neue Stimme, das ist aber hier, ähm, ach, Claudia Urbstadt-Minges, das ist ja, ja gut, eigentlich dürfte jeder Zuschauer oder Zuschauerin der Tagesschau die kennen, das ist nämlich die Ansage. Ähm, und, äh, die ist ja auch die, die Stammstimme hier von, von Angela Jolie und so, also die, die macht auch einen guten Job. Ja. Äh, wobei, ich muss zugeben, ich finde die ein bisschen jung, ehrlich gesagt, für die Rolle, die war in dem alten Film deutlich älter besetzt. Ja, aber das Ding ist, die sieht auch ein bisschen jünger aus hier, in der Art und Weise, wie sie aufgemacht ist. Also, ähm, ich könnte mir gut vorstellen. Das Ding ist halt, was die deutsche Synchro jetzt angeht vom Sequel, es wirkt irgendwie so, als hätten sie nicht wirklich eine große Verbindung gehabt zum ersten Film irgendwie. Also, man merkt natürlich, dass da andere Leute irgendwie hinterstecken. Ähm, zum Beispiel Nick und Fetcher, ich glaube, das sind dieselben Stimmen tatsächlich im Deutschen. Ähm, das ist einer von den Stellen, wo ich mir dachte, ah ja, okay, gut. Ja, das sind auch sehr bekannte, routinierte Sprecher. Oh ja, ja. Das ist halt hier Michael Pan und, und Gerald Schale, die sind halt gefühlt in allem von sowas zu hören. Ja, Michael Pan, äh, der, der Vater von David Nathan. Genau. Und, ähm, ja, nee, aber es ist ganz, äh, sowieso allgemein eine grandiose Sprecher. Ähm, ja, aber was, was dann wirklich dann leider im Deutschen fehlt, ist halt dieser, natürlich dieser britische Einschlag in den Stimmen, was du nicht replizieren kannst. Mhm. Äh, aber, äh, es ist, äh, es ist natürlich dann schade, weil das ist eben etwas, das ist im Original-Casting, das macht's eben so besonders. Und das ist auch etwas, was die Macher hinter dem Film dann eben, eben so preisen größtenteils. Das ist etwas, was so gut funktioniert. Ich finde, wer im Original-Cast die, die Show absolut gestohlen hat für mich und für mich so eine echte Entdeckung ist in diesem Film, ist, ähm, Josie, äh, Cedric Davis. Sie spielt eine neue Rolle namens Frizzle, ein, äh, ein Huhn, mit dem, äh, Molly Freundschaft schließt. Und, ähm, nicht nur ist ihr Design, äh, wirklich spaßig, sondern ihre Stimme von Anfang an fand ich sie so, so unterhaltsam und einnehmend und einfach super, super sympathisch. Und sie ist ein ziemlicher Newcomer, das ist ihr erster Langfilm. Wow. Und, ähm, und es ist sofort einfach ihr Akzent, ihr Vibe, es ist so, so, ich, ich finde, sie war so großartig, eine echte neue Entdeckung und auch ganz toll, weil ich habe eine kurze, äh, eine Kurzkritik quasi gepostet auf Twitter, eine kurze Meinung und das hat sie dann geliked, was, wo ich dann auch super stolz drauf war. Mhm. Schön. Aber, ja, weil, und ich hatte sie da nämlich auch extra erwähnt, als sie, sie und Bella Ramsey sind die Standouts des Films und, äh, und da, also ich fand, ich fand sie da wirklich, wirklich richtig, richtig grandios und, ähm, ihre, ihre Story einfach das Ganze, den ganzen Vibe, den die beiden versprühen und, äh, den Vibe, den eben diese Einrichtung hat, äh, fand ich alles super. Und, äh, letztendlich ist es ein Sequel, welches, ich würde nicht sagen, es ist ein Rehash, aber es ist halt definitiv natürlich ein, ein, ich finde, es ist irgendwie eine logische Fortsetzung und ich finde es sehr interessant, wie sie ja wirklich die, es dauert sehr lange, bis Mrs. Tweedy auftritt und sehr lange, bis dann die Hühner auch dahinter kommen, was genau das eigentlich für Einrichtungen ist. Erst denken sie ist einfach nur so eine Hühnerfarm wieder, aber letztendlich ist es etwas sehr viel Böseres und, ähm, die, wie sie irgendwie Gingers, das sind ja wirklich Namenflashbacks, die sie hat und, äh, dann hat sogar Mrs. Tweedy selbst hat sie auch so einen Flashback, wenn sie dann Ginger wieder sieht und sie erkennt dieses Huhn und so, na, ah, und, äh, das ist echt, äh, das ist eigentlich an sich dann echt richtig witzig gemacht und letztendlich geht's dann hier darum, erstmal müssen wir überhaupt da einbrechen, um, um die Tochter zu retten und, äh, dann geht der Plot noch irgendwie sehr viel weiter und was ich richtig cool fand und das ist eben etwas, wo sie, wo ich sehr, sehr froh war, dass sie da den Edge vom Original nicht verloren haben. Ich finde, die, die Stelle im, in diesem Hühnerparadies, wo dann die beiden, äh, jüngeren Hühner so nach und nach dahinter kommen, irgendwas stimmt hier nicht. Das fand ich sehr angenehm creepy. Mhm. Ja. Wie sie halt so, wie, wie man merkt, dass die Hühner so, warum sind die so komisch und so weiter und das, das fand ich sehr, sehr schön und auch dann, wie dann eins der Hühner ausgewählt wird und dieser Gegensatz zu diesem, zu diesem hellen, bunten Vibe und mit dem Sonnenschein und so und dann hörst du nur den Soundeffekt und dann siehst du das Ergebnis und dachte mir, das ist schon, das ist schon heftig. Ja. Auf eine gute Weise. Das, das muss ich sagen, das hat bei mir auch tatsächlich insofern dann einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, weil ich hab wirklich an, an dem Abend, bevor wir den Screener geguckt haben, haben wir tatsächlich zum Mittag Hühnchen gehabt und, ähm, ich muss auch sagen, dass ich leider, äh, da stehe ich jetzt zu, ich mag eigentlich ziemlich Chicken Mac Nuggets, muss ich zugeben. Ja. Die sind, bei mir schon irgendwo ein guilty pleasure und dann siehst du diesen Film schon so ein bisschen mit gemischten Gefühlen. Bella Ramsey hat mir, glaube ich, mit Abstand am besten gefallen. Ja. Da haben sie sogar eine Kontinuität im Deutschen, weil sie hat hier tatsächlich dieselbe Stimme wie in The Last of Us. Ah. Was auch nicht so selbstverständlich ist. Ich meine, so bekannt ist sie jetzt auch nun wieder nicht, ne? Ja, aber dass sie da so eine Kontinuität, irgendwann etabliert sich sowas, ne? Ja, das, ähm, ja gut, das, wenn man sich zum Beispiel ansieht, also Florence Pugh hat bis heute irgendwie noch keine feste Stammstimme. Ja, ich musste sie hier erwähnen. Ähm, ja, ähm, ich muss dazu sagen, ähm, du meintest ja grad schon, die, die Edginess ist, ähm, was das angeht, schon irgendwie vorhanden geblieben, auch wenn dieses, ja gut, so ein Utopia hat man halt auch schon x-mal gesehen, ähm, wie sie es dann erzählen, ist aber eigentlich, ähm, relativ, äh, schlüssig für sich genommen. Ja. Ich hatte da auch gewisse Vibes, äh, von, äh, von sowas wie Soylent Green, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte auch sowas wie, ich, ich musste bei dem ganzen, bei, bei, bei dem Layout und so weiter und bei den Farben musste ich auch denken an Squid Game. Ja, das haben sie ja auch innerhalb der Werbekampagne irgendwie auch verarscht, glaube ich, ne? Ja, oh ja, ja, da hat ich ja sogar was geschickt, stimmt. Ja, ja, und auch was, ich hatte jetzt auch grad gesehen, Dune und Barbie wurden auch parodiert. Ähm, ja, ist halt Artmans Marketing, äh, äh, in Verbindung mit Netflix dann natürlich das Squid Game. Ähm, was ich jetzt allerdings, also, was die Edginess angeht, ja, also der Film, der fühlt sich schon ein bisschen massentauglicher an als der erste Teil, würde ich sagen, was aber nicht unbedingt was Schlechtes ist, was allerdings so ein bisschen schwierig ist. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass der erste Teil, äh, nicht nur was die Haptik angeht, sondern generell so der ganze Look, ähm, dass es auch ziemlich düster war. Ja. Und da muss ich sagen, da sieht man schon deutlich, dass das andere noch irgendwie ein Kinofilm war und dass das hier eine Streaming-Produktion ist, weil ich muss sagen, der Film ist sehr, sehr hell und bunt. Ja. Und nicht nur in diesem Utopia, sondern am Anfang auch schon und teilweise wirklich so hell, dass ich mir dachte, puh, also irgendwie ist das Color Grading ein bisschen zu, zu krass oder, also teilweise hab ich wirklich gedacht, ich sehe die Studiobeleuchtung von Atmen. Das ist etwas, wo ich dir absolut zustimmen kann, weil das Gefühl hatte ich auch. Es ist mir zu, ich meine, in bestimmten Szenarien ergibt es Sinn, aber der Film ist mir zu clean. Ja. Ja. Und das ist, und das ist nicht nur in Bezug auf die Beleuchtung und den Look, sondern, und call me crazy, aber ich fand, das Stop-Motion war zu perfekt. Ja. Ja, das hatten. Ich fand, es war zu, zu nahtlos. Ich fand, es war ganz, und ich meine, vielleicht lag es so einfach daran, dass ich relativ invested war in die Handlung und ich hab nicht groß irgendwie über die Techniken nachgedacht, aber ich hab irgendwie vergessen, dass ich einen Stop-Motion-Film schaue. Ja. Und, äh, und irgendwie sehr so, weiß nicht, und das, das, das raubte dem so ein bisschen, weil, wonach ich in Stop-Motion so ein bisschen ausschalte, ist irgendwie immer das, dass man irgendwie sieht, dass es Stop-Motion ist. Und hier war es mir ein bisschen zu flüssig. Und das ist etwas, was Tim Burton angemerkt hat bei Corpse Bride, weil viele dachten bei Corpse Bride, ähm, anscheinend haben einige Zuschauer gesagt, oh, wir dachten, das wäre CGI. Und da war er so empört von, dass er dann bei seinem nächsten langen Film, Stop-Motion-Film, Frankenweenie, den Animatum gesagt hat, macht's grober. Auf jeden Fall grober. Man muss, man muss, man muss sehen, dass es Stop-Motion ist. Ja. Es muss, es muss, es darf nicht perfekt sein. Und, und hier, finde ich, fehlt das ein bisschen. Ich finde, es ist, und vielleicht, weiß nicht, vielleicht war es auch die Auflösung, vielleicht war es eben die Tatsache, dass ich es dann ja auf dem Laptop gesehen habe, vielleicht war da irgendwie so ein Smoothing-Ding. Ich weiß es nicht, aber es war mir zu glatt von der Animation. Und das ist unzweifelhaft. Das ist, da ist hier sehr viel Stop-Motion, ja, hier ist sehr viel Detailarbeit drin und so weiter. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu perfekt und clean geworden. Und das ist ein bisschen schade. Ja, das liegt vielleicht aber auch daran, also nicht nur, dass wir eben dieses Utopia haben, sondern eben auch die Anlage, in der da steckt, die erinnert ja fast schon an so Headquarters von irgendwie Bond-Bösewichten. Da ist halt auch nicht so viel Möglichkeit irgendwie für Detailversessenheit, die man von Atmen kennt. Ich meine, wenn du so überlegst, der Abspann, im Abspann von dem, hier, Pirates Band of Misfits, da haben sie ja wirklich die ganzen Schilder und was weiß ich, was im Hintergrund ist, haben sie ja extra nochmal im Abspann aufgelistet sozusagen. Und hier wäre da, also angenommen, die hätten das hier auch so gemacht, dann wäre da nicht viel gewesen, weil diese Anlage ist irgendwie, ja gut, wie willst du das anders erzählen? Das ist natürlich auch der Kontrast zu dieser warmen Umgebung irgendwie von dieser Kommuneninsel da am Anfang. Aber ja, das ist halt eigentlich, also auch die Bediensteten oder das Wachpersonal, die sehen ja wirklich aus wie aus dem Todesstern da, ne? Ja, genau, es ist alles zu, ähm, alles, alles zu leer und zu glatt. Was, was ja, es ergibt Sinn innerhalb dieser, dieses Environments. Aber ja, insgesamt fehlt da so ein bisschen so das Detail im Hintergrund, was, ja, was definitiv schade ist, was mir auch aufgefallen ist. Was eine sehr große Stärke von Atmen ist, ne? Ja. Ja, genau. Und wo dann halt, okay, der Fokus lag hier vielleicht ein bisschen auf was anderem, aber dafür, dafür finde ich punktend, dass ich in anderen stellen, weil es gab hier Gags, da lag ich lachend auf dem Boden, ehrlich gesagt. Ja. Äh, einer meiner absoluten, relativ früh schon gibt's einen grandiosen Gag, wo, ähm, man in einer Montage sie wie Molly groß wird. Mhm. Und dann gibt es eine Stelle, wo sie, äh, an ihren, an ihren Eltern vorbei rennt, in die Hütte und irgendwie ein paar Sekunden später kommt sie wieder und sie ist eindeutig gewachsen, aber die Eltern sind auch genau am selben Platz und Rocky macht so eine Handbewegung von wegen halt, hä, vorhin war sie so klein und jetzt ist sie so groß. Und das fand ich einen sehr schönen, äh, äh, Fourth-Wall-Gag in dem Fall. Das, das, das Design von Molly ist auch echt gelungen. Die sieht halt wirklich aus. So gut. Also, die, die sieht halt aus wie die jüngere, äh, jüngere Ausgabe ihrer Mutter, aber zugleich hat die auch, hat die auch Merkmale vom Vater. Das ist großartig. Ja, es ist richtig toll, halt mit diesem leichten irgendwie Überbiss oder wie auch immer, den sie hat, ähm, das ist, das ergibt dir so viel Persönlichkeit. Und, ähm, ein Gag, ein Gag, wo ich mich wirklich weggeschmissen habe, ist der mit dem Augenscanner. Ja, das ist super. Ja. Das ist einer, das ist einer der besten Gags. Und auch ansonsten gibt's auch, es gibt da wirklich, es gibt da wirklich sehr, sehr gute Gags allgemein. Insgesamt ist da sehr viel, auch natürlich Abenteuer, Science-Fiction-Vibe und so weiter und so fort. Und die Gruppe wird getrennt und dieses und jenes und so weiter. Und es steht viel auf dem Spiel. Und, aber letztendlich halt, finde ich halt, wenn, wenn der Film halt, so, jetzt sind wir lustig und dann ist es lustig. Und, ähm, hier und da gibt es halt Dialoge, es gibt Wortspiele. Ähm, ich finde, es gibt sehr beeindruckende Animationssequenzen auch, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe, weil die etablieren relativ früh Popcorn. Und wo ich ganz oft, wenn ich Popcorn in solchen Filmen sehe, dann wirkt das für mich immer wie, ey, die Leute, die das gucken im Kino, obwohl das hier kein Kinofilm ist, aber halt die Leute, die das gucken im Kino, die essen auch Popcorn und deshalb haben wir Popcorn. Weil das finde ich irgendwie, ganz oft habe ich irgendwie diesen Vibe. Und in diesem Fall finde ich es sehr schön, dass es ein Foreshadowing ist zu einer Sequenz, die dann später kommt. Und das ist nice, wenn Filme sowas machen. Ich muss, äh, dazu sagen, ich habe vor ein paar Tagen auch, ähm, nochmal beide Paddington-Filme gesehen. Ja. Von, äh, von Paul King, der ja jetzt aktuell mit Wonka im Kino ist. Und, äh, dahingehend sollte man echt nicht unterschätzen, äh, wie wichtig auch bei sowas, also wirklich der zweite Paddington, der ist dermaßen gut und rund geschrieben. Also da habe ich mir echt so, weil ich habe den jetzt auch erst nur zum zweiten Mal gesehen und da ist mir wirklich mal aufgefallen, ich meine, das ist immer noch ein Kinderfamilienfilm und der ist wirklich, also in Sachen Schreibe wischt der wirklich mit 90 Prozent der Blockbuster, äh, Brigade das, den, den Boden auf. Ja. Also, das ist wirklich, keine Figur ist überflüssig, keine Szene ist überflüssig, jeder hat eben wie seinen Platz und Zweck zu erfüllen, äh, für das große Ganze und das kriegt man heutzutage nicht mehr wirklich hin und, ähm, dahingehend, äh, wirkt hier jetzt auch in Chicken Run jetzt, ähm, also, weiß ich nicht, selbst die beiden Ratten, äh, die von mir aus glatt eine eigene Miniserie kriegen könnten, ähm, die, die sind auch nicht völlig überflüssig innerhalb des Plots und, ja, ich meine, gut, ich, ich habe jetzt auch gelesen, dass irgendwie dem Film auch vorgeworfen wird, dass man halt, äh, äh, noch mal irgendwie auf Miss Tweedy gegangen ist, ähm, also, von wegen, dass es eigentlich exakt der gleiche Bösewicht ist und ein Stück weit auch derselbe Plot, ähm, dahingehend haben sie es aber eigentlich auch irgendwo stimmig geupdatet, also, das ist, ja, gut, es ist ein Stück weit eigentlich genau dasselbe, was sie machen will, der Titel verrät's ja irgendwo schon, aber zum einen finde ich, dass sie haben das zeitgemäß eigentlich gut geupdatet und zum anderen haben sie auch in Hinblick auf die, die ganzen Hühnercharaktere, haben sie ja eigentlich auch, ähm, also auch was hier den Konflikt zwischen Molly und ihrer Mutter angeht, haben sie eigentlich auch einen, äh, äh, ganz guten Spin bekommen, was so die Message angeht, also dieses von wegen, ja, wir lassen jetzt irgendwie andere Hühner, äh, überlassen wir da jetzt dem Tod, äh, als, als Nugget zu enden und selber verschanzen wir uns auf unserer Insel und schirmen uns total ab, ne, und zugleich dann auch dieses, ja, weiß ich nicht, Molly will, muss ja auch mal das Nest verlassen können und so, äh, da merkt man aber auch, dass Molly eigentlich schon irgendwo im Vordergrund des Films steht und nicht so Ginger, ne? Ja, das stimmt und das ist sehr schön, dass, ähm, es definitiv Ginger ist eine prominente Rolle und sie hat einige, ähm, starke Szenen, aber definitiv auch eben, ähm, Momente der Schwäche, ähm, auch eine halbwegs unheimliche Momente der Schwäche, ähm, es ist eine sehr intensive Szene, wenn sie da zum Beispiel festgeschnallt wird und so und das ist, äh, das ist, äh, echt auch, äh, visuell und so weiter toll erzählt, ähm, aber der, ja, der Fokus liegt tatsächlich, ähm, auf Molly, auf ihrer neuen Freundin und, ähm, und dann natürlich so allgemein so auf der Rescue Party und auf dem Environment selbst und das, und ich finde aber, das sind die Schwerpunkte wirklich, wirklich gut gesetzt. Ähm, es gibt noch ein Problem, was ich habe, so ein kleines Kontinuitätsproblem, äh, worauf ich gerade gekommen bin, nämlich am Ende des ersten Films, äh, äh, sehen wir sehr viele Küken auf dieser Insel, wo sich nämlich auch in einem gewissen Sinne die Frage stellt, wo kommen die genau her? Also, sind das, sind die alle von Rocky und welche Rolle hatte genau der alte Hahn auch bei denen? All diese Fragen, die du dir im Rahmen eines Familienfilms nicht unbedingt stellen willst, ja, aber die sich in einem Realismusfall aufdrängen und hier jetzt, ähm, in dem Film scheinen die dieses Konzept gestrichen zu haben und ja, die haben nur ein Kind und es sind nur die beiden und vergesst mal lieber wieder das Ende vom ersten Film. Ja. Und stellt keine Fragen. Ja, ja, es ist, ähm, ähm, natürlich ist das wahrscheinlich dann auch so narrativ irgendwie benötigt worden, dass Molly da irgendwie auch, weil die ist ja letzten Endes da, das einzige Kind und will dann irgendwie auch mal was erleben und so, ne, die kommt ja fast schon so ein bisschen in die Pubertät. Ja. Ähm, dahingehend passte das irgendwo schon, wobei, äh, ich da jetzt noch mal drauf eingehen möchte eigentlich, weil, ähm, ich hatte ja auch die Begründung von dem Regisseur Sam Fell gelesen, warum sie die Ginger umbesetzt hatten, also zum einen fand er Fendi wie Newton in Westworld toll und zum anderen, er sieht, äh, er sieht den Film eher als eine Art Reboot. Ja. Und ich muss sagen, das kam für mich dann so ein bisschen, also ich mein, gut, er kann ja Fendi wie Newton toll finden, aber dafür dann die andere nicht mal vorsprechen lassen, da stößt schon sauer auf und dann, äh, im Hinblick auf Reboot denke ich mir so, das ist jetzt eigentlich ein direktes Sequel, also was erzählst du mir da von Reboot? Ja, vor allem, weil andere Rollen gleich besetzt sind. Ja, das... Wo ich mir halt auch denke, ja, es ist halt wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr seltsame Aussage, fand ich halt auch. Das ist kein, ja, es ist in dem Sinne ein Reboot, wo sie halt so ein bisschen was von der, wie gesagt, das mit den Küken und so weiter, wo sie halt so ein bisschen was anpassen, wo ich mir denke, das ist auch okay, aber, ähm, es ist in dem Sinne, weiß ich, es ist in dem Sinne ein Reboot wie Batmans Rückkehr, wo ja auch Tim Burton selbst sagt, von dem Film, er sieht das sehr viel eher als Reboot, als ein Sequel, aber du hast da trotzdem die Kontinuität von derselben Besetzung mit bestimmten Rollen, der Look ist halt nur anders und die Stimmung ist anders. Soft, Soft, Soft Reboot könnte man das vielleicht noch nennen, oder? Ja. Legacy Sequel auch nicht wirklich. Nicht direkt, nicht direkt, weil ich weiß, ich glaube, es ist genug Zeit vergangen, dass man es so eine Art Legacy Sequel nennen könnte. Das Ding aber ist, dass es nicht wirklich, abseits davon, dass natürlich die, 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 die Handlung an sich ist schon, also das Konzept ist halbwegs ähnlich, aber ansonsten stützen die nicht wirklich sich derbe so irgendwie auf Callbacks oder sowas. Und halt irgendwie, oh, und dieser besondere Charakter, den bringen sie zurück in einer, in einer grandiosen Form. Nein, sie sind einfach Bestandteil von etwas und sie stellen genug neue Dinge vor, äh, dass das, dass es sich lohnt. Und deshalb, ich schätze mal, Legacy Sequel ist einfach so beschmutzt, weil es so viele gibt, die einfach ziemlich faul sind. Ja, ja. Und in diesem Fall herfaul, haha. Und hier ist es eben nicht der, nicht der Fall so direkt. Und deshalb ist, ist das, ich schätze mal, das so ein bisschen beschmutzt, dieser, diese, diese Bezeichnung. Und, ähm, weil letztendlich halt, weil, vor allem halt, wenn man bedenkt, an wie vielen Legacy Sequels Harrison Ford allein schon beteiligt war. Oh ja, ja gut, das, ja. Und wo es immer irgendwie ein ähnlicher Engel war, mit, äh, mit irgendwas Tragischem mit seinem Kind. Oh Gott, ja. Ja gut, das ist, äh, eine Kiste für was anderes. Ähm. Yes. Ja, was, was kann man noch, also, ich, ich muss dazu sagen, ich hab, äh, den Film ja zweimal geguckt und, ähm, jetzt auch für die Kritik fand ich's auch wichtig, den wirklich in beiden Sprachversionen zu sehen. Und, ähm, ja, ich muss leider sagen, gerade im O-Ton, also, ich weiß nicht, äh, da war einfach mit Fendi wie Newton, da ist einfach ein echt harter Kontrast, weil du wirklich an allen Ecken und Enden raushörst, dass sie keine Britin ist. Und dann denkst du dir schon so, warum wurde sie jetzt besetzt? Weil sie sie in irgendeiner anderen Serie toll fanden. Also, das ist irgendwie, äh, weiß nicht. Ja, ich meine, so Fuchs und, äh, das ist, da ist dieser Film kein Einzelfall, das gibt's, äh, in anderen Sachen auch. Ja, leider. Ähm, von halt, ey, wir mögen, wir mögen dich hier und wir packen dich hier rein, auch wenn vielleicht nicht hundertprozentig dazu passt. Was sehr, was sehr schade ist, weil ansonsten ist es, ich ist, ich finde, es ist an sich wirklich ein sehr, sehr guter Cast, halt eben auch neu besetzte oder halt komplett neue Charaktere, äh, finde ich, sind hier, sind hier sehr, sehr schön besetzt und es hat alles so diesen allgemein britischen und trotzdem irgendwie innerhalb von Großbritannien so einen diversen Vibe. Was nice ist, halt diese verschiedenen Stimmenfärbungen und so weiter, das erkennt man gut und, ähm, und das passt eben auch, für die Charaktere selbst designt sind, das bringt ordentlich Abwechslung rein. Ja, aber es ist, äh, letztendlich, ähm, ja, das ist eine schwierige Kiste, über die man nicht ganz hinwegsehen kann und wo man halt, äh, Fendi wie Newton am wenigsten Schuld geben kann, wo sie einfach, hey, es ist ein, es ist ein Job, weil es ist, es ist ihr Job letztendlich und, oh, die wollen mich hierfür haben und ich hab Zeit und so weiter und ja, klar, sicher und so macht Spaß. Ja, wohl, was mich schon wundert, dass sie nicht mal irgendwie versucht haben, also, weiß ich nicht, vielleicht, äh, kriegt die ja auch keinen britischen Akzent simuliert oder so, aber das ist dann halt schon irgendwie, also das, das nimmt dem Ganzen dann auch irgendwie immer mal so ein bisschen dieses Flair, was halt den ersten Teil ausgemacht hat, weil wirklich diese Atmenfilme, das ist so britisch, mehr geht eigentlich nicht. Ja, und jetzt hat man halt zwei Hauptfiguren, die dementsprechend keinen Akzent haben, so gesehen. Ja, und bei einer macht das ja zumindest im Hinblick auf die Continuity Sinn, weil er ja nun mal kein Brite ist, also Rocky. Ja. Aber Ginger ist ja, ist ja pur Britin und ich muss sagen, also da kann ich auch die, die Frustration der Originalsprecherin verstehen, also die ist halt wirklich alles andere als begeistert gewesen, vor allem fühlte sie sich wohl auch so ein bisschen, weil man darf nicht vergessen, also die hat halt erzählt, dass sie mit, ähm, äh, Nick Park und dem anderen Regisseur von Chicken Run, also die, die hat auch ein Stück weit die Figur mit denen zusammen erfunden. Ja, es ist, und, äh, ja, ich bin da absolut, ich bin absolut auf ihrer Seite und ich weiß auch nicht, wie viel Schuld jetzt letztendlich die Regie trifft, da könnte auch durchaus irgendwie so ein Netflix-Einfluss mit im Spiel sein. Glaube ich auch, glaube ich auch, ja. Also ich denke, ich denke, da sitzen verschiedene Leute am Hebel, denen da einfach, die da, denen letztendlich reingegrätscht haben, ähm, und das, wir werden, wir werden vielleicht nie eine direkte Antwort kennen, wir können natürlich nur spekulieren, aber ich bin definitiv auf, ähm, Savalas Seite, ähm, und, äh, und ja, das ist etwas, das ist eine Wolke, die über den Film schwebt, die ich da so nicht wegdenken kann und das ist sehr schade, dass die existiert, weil ansonsten macht der Film so nicht viel verkehrt. Ne, es ist, also, es ist halt ein, ja, es ist, würde ich sagen, relativ typisches Sequel eigentlich, was das angeht. Ist es, aber ich finde, es ist auch ein würdiges Sequel. Ja, ich hab ihn ja zweimal gesehen und beim zweiten Mal hat er mir einen Tacken besser gefallen als beim ersten Mal. Das könnte bei mir vielleicht auch der Fall sein, weil wenn man einen Film zum ersten Mal sieht, da achtet man natürlich so mehr auf den Plot und so weiter und so. Beim zweiten Mal kann ich mich noch ein bisschen mehr dann in Details verlieren und dann so verschiedene Sachen entdecken und so und das, das wird dann natürlich richtig schön. Auch toll, ähm, worüber ich mich etwas, wo ich im Vorfeld Sorge hatte, oh, wie wird das wohl? Ähm, musikalische Kontinuität wird gewahrt, äh, Gregson Williams, äh, kehrt hier im Alleingang zurück. Es sind sogar einige Musiker im Orchester und Chor und so weiter beteiligt, die beim Originalfilm schon mit dabei waren. Und, äh, er führt das hier sehr schön fort, gerade der, der erste Track, den man im Film hört, ist wirklich so ein Musik-Callback schlechthin, da werden alle Themen mal angespielt, er bringt die Kazoos zurück, er denkt sich neue Sachen aus, der Score ist noch nicht draußen, der kommt jetzt demnächst und da werde ich mir das im Detail zu Gemüte führen können und dann noch was Ausführliches zu schreiben können, natürlich, da freue ich mich schon drauf. Ähm, aber ich bin, ähm, sehr, sehr froh, dass sie da, ähm, Sorgfalt, ähm, äh, haben walten lassen und dass das eine der Originalstimmen da auch zurückgekehrt ist, äh, musikalisch und, ähm, ja, dass das hier schön fortgeführt wurde, obwohl ich halt, ähm, ich hab mir die quasi die, so die Composer Notes angeschaut vom Original und das war wirklich halt, John Powell hat wirklich den Löwenanteil bestritten davon. Hm. Und, ähm, äh, Gregson Williams ist bei ein paar Titeln als Co-Komponist genannt und dann gab's noch ein, zwei zusätzliche Komponisten für ergänzende Sachen. Aber ja, zum Beispiel einige, einige der tragendsten Titel sind von Powell allein. Und, ähm, aber, äh, ja, Gregson Williams ist sowieso einer meiner Lieblinge und der setzt das hier sehr schön fort. Mit sehr viel Spaß auch offensichtlich. Und das war, das war sehr, sehr schön, dass das so zu hören. Äh, insgesamt, also ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich jetzt hier so wahnsinnig negativ klang, also ich fand den Film durch, ja, gut. Mhm. Ja, der ist halt dem, dem, dem fehlt halt so diese, dieses, dieses kantige, unangepasste, irgendwo schon im Bereich Kinderfilm, wagemutige, was der erste Teil eben noch hatte. Also er hat zwar natürlich so diese, diese Utopia-Vibes und auch durchaus Bezüge zu sowas wie Soylent Green. Mhm. Also auch, auch der Kommentar im Hinblick auf sowas wie Massentierhaltung, das ist schon zeitgemäß auf jeden Fall, aber es hat trotzdem nicht so diesen Impact, deshalb würde ich, das, also es ist, es ist trotzdem guter Film, gutes Sequel und, äh, für eins müssen wir auf jeden Fall dankbar sein, dass wir diese Art von Film überhaupt noch kriegen, ne, und mittlerweile nur noch im Stream. Ich meine, ich hab ja den, ähm, hatte ich ja gesagt, ich hab ja den zweiten Schonder-Schaff-Film im Kino gesehen und da hatte ich damals schon so den Gedanken, wow, also das ist bestimmt der letzte Film dieser Art, der ins Kino kommt und es hat sich bewahrheitet, wobei man sagen muss, also jetzt auch bei aller Kontroverse drumherum, äh, ich glaube, dass Atmen unter dem Dach von Netflix schon gut aufgehoben sind. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie, ich meine, wir hatten ja, das ist auch nicht die erste Artman-Netflix- Produktion, wir hatten ja vor ein paar Jahren, ähm, hatten wir ja Robin Robin. Genau. Welcher ja, ähm, stilistisch was vollkommen anderes war, aber da finde ich auch wundervolle Synchro und Stop-Motion und so weiter. Ja, hatten sie nicht auch diesen Wendell und irgendwas oder, oder war das von Leica? Das war nicht, das war, ich glaube, nee, ich glaube, das war noch jemand anderes. Okay. Ich glaube, Leica war das nicht. Ich glaube, das war noch irgendwie ein anderes Studio, ähm, gemeinsam mit, ähm, Henry Selleck. Ja, aber das war, das war auch, ja, das, das war noch immer etwas ganz anderes und, ähm, den fand ich, den, den fand ich ein bisschen schwierig, der wollte irgendwie storytechnisch zu viel. Ich fand den, ich fand den, ich fand, der war ein bisschen durcheinander, ein bisschen unfokussiert. Ja, den hab ich noch nicht gesehen. Ähm, der ist auch, äh, der ist optisch schick, sehr originell optisch vor allem, auch von den Charakteren her, also das ist auch etwas, das wirkt extrem unangepasst und edgy, ähm, aber ich fand, ich fand, ich fand, der war, ich fand der war storytechnisch ein bisschen too much. Mhm. Ja gut, haben wir, haben wir nicht besprochen, äh, äh, Robin, Robin kann man, glaube ich, gerne reinhören, den haben wir, ja doch, den haben wir auch zusammen besprochen, meine ich. Ja, ich meine, ja, und das ist einfach ein schönes, ja, ein schönes Weihnachtsspecial, also das ist eins, das sich sehr schön lohnt für, ähm, für, für Kiddies. Und dieser hier ist, ähm, schön, dass er jetzt zu den Festtagen rauskommt, ich finde, das ist ein sehr, eine sehr gute Wahl, wenn man sich abends vor, vor Netflix setzen möchte mit der Familie, ich finde das ein super Familienfilm, wo für jeden irgendwie was dabei ist, der ist definitiv, der hat definitiv mehr Gags als der erste Film, er hat mehr Action, so mehr Schauwerte allgemein. Ja. Aber er hat auch, er hat auch seine, seine so leicht verstörenden und ernsten Sequenzen, was ich gut fand, ähm, es wirkt optisch, wie gesagt, ein bisschen zu clean, ähm, wobei ich halt auch nicht weiß, an woran genau das liegen könnte, vielleicht bin ich auch einfach selbst crazy, aber es ist definitiv immer noch, es ist immer noch Stop Motion, es ist sehr hochwertige Stop Motion, aber vielleicht zu slick, vielleicht ist es, vielleicht ist es ein bisschen zu perfekt geworden in dem Fall. Ja, da siehst du, da siehst du die Entwicklung halt eben, ne, das ist, äh, ja. Du hast jetzt eigentlich so Alpha und Omega wirklich von, was Atmen angeht, direkt anhand von Chicken Run. Ja. Also da siehst du einfach klar die Entwicklung und du siehst auch, dass sie, also auch wenn sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Puppen in dem, äh, Film haben, also eben Plastilin, äh, Figuren, hin und wieder kommt auch mal CGI zum, zum Einsatz, was jetzt auch nicht schlimm ist. Es ist jetzt, also da kann ich mich auch anschließend hier bei Pirates Band of Misfits, da fand ich das auch so ein bisschen, hm, zum Ende. Auf der anderen Seite, äh, das hatte dann da so ein Ausmaß erreicht, dass sie das, glaube ich, gar nicht mehr Hand gemacht hinkriegen würden, weil da war ja wirklich das ganze Queen Mary Kriegsschiff da oder was auch immer, ähm, und hier ist das deutlich zurückhaltender, aber ja, es wirkt halt so ein bisschen, so ein bisschen geleckt fast. Ja. Das ist, das ist etwas schade, daran merkt man auch, dass es eine Streaming-Produktion und kein Kinofilm ist, ne? Und das ist im Fall von, zum Beispiel von, von Early Man, ich meine, da hast du, da hast du viele Sequenzen, da haben sie halt, ähm, vor Greenscreen animiert und so, aber du hast da trotzdem das Handgemachte bei den Figuren und auch die Tatsache, dass die meisten von denen irgendwelche Felle tragen, da hast du dann auch diese extra Details natürlich dort und das wirkte insgesamt ein bisschen gröber, es wirkte sehr viel mehr so stop-moshiger noch, ähm, als es dann, als es dann hier der Fall ist und, ähm, und schätze, ich schätze mal, es ist so ein Ding halt irgendwie von der Environment und vielleicht in dem Sinne auch von, das ist eben ein Streaming-Ding gewesen und, äh, wer weiß ganz genau, aber ja, wie gesagt, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich dachte, es ist so ein bisschen zu, zu perfekt. Wir könnten dazu aber noch was anmerken, äh, letztens ging nämlich eine Meldung irgendwie rum, dass, äh, Atmen die Knete ausgeht und zwar nicht das Geld, sondern wortwörtlich das Plastilin, ähm, das hat jetzt irgendwie eine Firma, äh, wo die das irgendwie jahrelang herbezogen haben und das ist ja eine besondere Art von Knete, das ist jetzt nicht irgendwie diese Play-Doh-Knete, sondern wirklich Plastilin und das ist jetzt aber mittlerweile schon als Falschmeldung entlarvt worden, also es ging ja irgendwie rum, ja, wir haben jetzt nur noch genug Knete, also wortwörtlich für einen Film und das ist dann eben dieser kommende Wallace und Gromit-Film, der dann wohl nächstes Jahr zu Netflix kommen wird und, äh, es ist aber wohl wirklich kompletter Quatsch, also die haben da wohl irgendwie neuen Lieferanten gefunden und wollen wohl auch eventuell versuchen, das selber herzustellen. Das habe ich auch gesehen, ja. Also dahin, wobei das schon wirklich bitter wäre, wenn, wenn diese Art von Animation wirklich dadurch aussterben würde, weil man muss sagen, also auch wenn sie jetzt dann eben unter dem Dach von Netflix sind, es lebt immerhin noch weiter, auch wenn ich sowas gern noch mal im Kino sehen würde, aber, äh, die Vorstellung, dass wir nächstes Jahr dann irgendwie neuen Wallace und Gromit bekommen werden, auch ohne Peter Sallis abwarten, aber dass das überhaupt noch weiterlebt, das ist für sich genommen schon, schon schön, wenn man es auch halt nur noch auf dem Streaming-Dienst hat, ne. Aber da sind die, glaube ich, schon gut aufgehoben, weil wir hatten ja schon gesagt, so richtig im Studiosystem ist Atmen nie wirklich klargekommen und die sind vor allem auch halt viel zu langsam in ihrer Produktion, ne. Das, das ist halt das Ding. Ja, genau. Und bei Netflix ist es natürlich immer Content, Content, Content. Aber wenn die denen genug Zeit geben, und ich meine, das war ja hier der Fall, also seit der, seit dem Announcement und letztendlich dem Erscheinen des Films verginge schon einige Zeit. Ja, dazwischen auch noch eine Pandemie, ne. Ja, ja, oh Gottes Willen, also alles, alles auf einmal. Ja, das ist halt etwas und ich schätze mal, wir müssen uns ja auch noch nicht von anderen Stop-Motion-Filmen dieser Art verabschieden, weil Leica macht ja auch weiter. Da ist ja der Vorteil, dass sie, dass sie da independently wealthy sind quasi. Also sie haben ja die Mittel, obwohl keiner von denen wirklich Gewinn macht. Gut, ich würde sagen, wir machen aber, bevor wir jetzt hier noch in Leica-Cast übergehen, würde ich sagen, kommen wir zum Schluss, also alles in allem kann man beide Filme... Ich kann nicht wiederholt werden. ...wärmstens empfehlen. Man kann sich auch das Sequel ansehen, wenn man dann schon einmal auf Netflix ist. Ob da, was meinst du, kommt da noch ein dritter Teil oder wie ist das? Das Ende ist sehr schön Design, wo man sich denkt, mich würde nicht stören, wenn das jetzt in die Richtung weitergeht und man da irgendwie ein entsprechendes Szenario entwickelt für einen neuen Film. Oder eine Serie vielleicht, ne? Das, so wirkt das auch tatsächlich schon, ja. Es ist, es kann, es kann unter, es könnte unterschiedliche Dinge sein. Ich finde, es ist ein sehr gutes Ende für... Franchise! Ja, so ist es jetzt. Genau, aber es ist, es könnte ein sehr gutes, endgültiges Ende sein, aber das dachte ich auch schon vom ersten Film. Also das heißt, es könnte weitergehen, vielleicht aber auch nicht. Mir ist es, mir höchstpersönlich wäre jetzt beides halt nicht, nicht, also zuwider. Aber solange halt nach wie vor irgendwie das Care ist mit dem, mit der, mit der Macher hat und dem Writing und so weiter, dann, dann wunderbar. Aber ich finde, das ist etwas, was Artman sowieso nie gehalbarscht hat. Also was, ich glaube nicht, dass die da jetzt groß Gefahr laufen. Na, wir werden, wir werden sehen, wie es damit weitergeht. Ich finde, sind beide, ich finde, die gehen relativ gut ineinander über. Die kann man sich, die kann man sich, die könnte man sich sehr schön hintereinander anschauen. Und man kann sich auch sogar den zweiten Film anschauen, wenn man jetzt nicht super vertraut ist bei dem ersten Film. Ich finde, der Recap funktioniert ja ganz gut am Anfang, aber es ist definitiv etwas, wo man sollte auf jeden Fall beide gesehen haben. Und es ist nicht irgendwie so ein Nostalgie in your face, so zynisches Stück. Nee, das muss man ihnen lassen. Das ist eine konsequente Fortführung einfach. Ja, es wirkt auf, ey, wir hatten diese Idee für eine Story und die machen wir und es ist nicht so extrem. Es stützt sich nicht so sehr darauf, dass, ah, obwohl ich halt wirklich, wenn die Musik am Anfang erklingt, da hatte ich schon diesen. Aber das ist, das, das, das ist natürlich da ganz, ganz normal. Ja, nein, also ich finde, ich finde es war eine sehr, eine sehr schöne Fortsetzung. Ich hatte sehr viel Spaß beim Gucken. Ich freue mich darauf, ihn nochmal zu sehen und bin sehr froh, dass, dass, ja, dass es so geworden ist, wie es ist und das ist eben als würdiges Sequel nicht, nicht, nicht maßgeblich besser als der erste Film, aber auch nicht maßgeblich schlechter. Ja, da würde ich mich anschließen. Ich bin gespannt, was noch so kommen wird. Ich meine, Schoen der Schaaf ist ja mehr oder weniger auch schon beendet worden. Der zweite Kinofilm war ja auch nicht mehr so erfolgreich. Das war ja noch das am ersten, was so in Richtung Franchise ging. Also Schoen der Schaaf ist ja auch deutlich anders vermarktet worden als zum Beispiel Wallace & Gromit. Wallace & Gromit, da bin ich jetzt gespannt, wie das wird, eben ohne Peter Salis. Ja gut, die beiden sind jetzt auch nicht mehr so bekannt. Wobei, ja gut, wenn man dann irgendwie, also die Leute kennen halt mittlerweile deutlich mehr Schoen der Schaaf und wahrscheinlich wissen viele gar nicht, dass Schoen der Schaaf ja auch ein Spin-off von Wallace & Gromit ist. Aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Vor allem ist ja Nick Park da auch wieder noch mit an Bord. Das könnte sehr interessant werden und wir werden es so oder so auf jeden Fall besprechen. Und dann würde ich ehrlich gesagt auch gerne, müssen wir mal gucken, wie das retro-mäßig hier das hergibt beim Tele-Stammtisch. Ansonsten machen wir es vielleicht bei dir im Podcast. Ich würde gerne die Wallace & Gromit-Kurzfilme und den Kinofilm mal besprechen. Oh ja, mal so richtig im Detail. Das würde gehen. Da lässt sich definitiv was finden. Auf jeden Fall dann pünktlich, wenn dann der andere rauskommt. Das wäre eine gute Idee. Ja. Zumal ich ja wirklich alle hier habe, glaube ich, bis auf den Kinofilm. Ich glaube, den habe ich nicht auf DVD. Aber ja, sonst habe ich alles da. Nein, ja, das wäre eine gute Idee. Jawohl. So oder so, ich, ihr Lieben, für dieses Artman-Abgenerde von zwei Artman-Nerds, möchten wir, wir hoffen, dass ihr damit Spaß hattet. Und ich weiß, wir sind ausgerufert, aber hey, es sind Filme, bei denen sich das lohnt. Da ist echt, da ist das viel Eigelb, durch das man sich wühlen kann. Ja, und Eiweiß. Oh ja, ja, definitiv. Und wir sind, denke ich, auch alle weiser geworden, durch, äh, durch diese, durch diese Filme, durch die Besprechungen. So oder so, ähm, wir auch hoffen, wir konnten euch ein bisschen hier mit erhellen und euch auch Lust machen auf die Vorsitzung. Die kriegt ihr ab dem 15. 12. auf Netflix zu sehen. Ähm, wir sagen, schaut's auf jeden Fall an und, äh, bei der Gelegenheit, guckt, äh, den Vorgänger auch nochmal. Und eigentlich alles, was von Artman kommt, wenn meine Güte, die sind geil. Und, ähm, die brauchen, die brauchen mehr, noch mehr Zuspruch, weil sie einfach toll sind und wie sie lieben und sie es verdient haben. Das auf jeden Fall verdient, äh, haben wir es auch vielleicht dann, äh, also wenn euch gefällt, was wir machen, dann, äh, würden wir uns natürlich auch sehr gerne über eine Bewertung freuen, äh, auf den gängigen Podcast-Plattformen. Man darf natürlich auch gerne in die anderen Besprechungen reinhören, namentlich, was wir jetzt erwähnt hatten, zu Schonderschaft 2, äh, äh, Rote Robin, glaube ich. Und, äh, auch in diesen ultra, äh, langen Artman-Cast von uns beiden. Wenn, also, wenn wir euch damit jetzt gepackt haben, wenn wir euch ein bisschen angesteckt haben mit, äh, Knete und allem, was dazugehört, äh, dann dürft ihr da auch sehr gerne reinhören beim Last of the Fans about Films. Ja, und, äh, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Äh, ihr könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob nun beim YouTube-Upload oder auf teleminostandtisch.de, ob ihr vielleicht auch den alten Chicken Run so ein bisschen nostalgisch seht und den jetzt vielleicht auch noch mal guckt auf Netflix. Man kann es wirklich empfehlen, den vorab zu gucken. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Äh, ich fange jetzt nicht an zu gackern oder sonst was. Äh, das überlasse ich dir. Macht es gut. Cheese, Gromit. Bis dann. Und wir fahren jetzt alle in die Ferien. Boah, boah. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.